sollte jetzt alles passen hoffe ich mal ja da ist jetzt eine aufzeichnung und dann habe ich das separat dann kann ich das beim nächsten mal nämlich ganz einfach hochladen ohne dass ich es aufbehalten muss und dann zwei hochladen muss dann die alten sachen später wieder löschen muss das ist so viel aufwand für nichts und wieder nichts insomniac games beliebige taste drücken weiter dann sehe ich auch was ich denke finale gewinnen wir schaffen wir heute moment moment er hat meine ganzen kassen sachen wieder raus so das hat es früher auch nicht gemacht erst mal ich möchte den t-rex mehr dann will ich das das glaube ich ja der feuchte traum eines jeden sechs jährigen moment wenn wir gerade schon hier sind dass ich mich zerstören kann wenn wir gerade schon hier sind ich hab was nachgeguckt und zwar ist das sogar der häufigste bolt der scheinbar gesucht wird zumindest war bei dem bei dem guide nicht angeguckt habe war das die häufigste stelle die angeguckt wurde das scheinbar ist dass die leute am meisten probleme haben den hatte ich ich will erst mal den bereich mit wo ich überhaupt hin muss dachte ich glaube da wo soll ich denn überhaupt hin ist in sich schon gut versteckt gewesen ich habe es nämlich normal schon gar nicht gefunden und das was man mal dann dafür machen musste super nervtötend ach das macht das ganze noch mal interessanter wenn man den nicht mitnehmen darf weil genau das muss man machen aber in eine andere richtung das ist gar nicht soweit ich dachte das wäre am anfang des levels genau habe ich mir den guide aber auch nicht angeschaut ganz ehrlich ich meine das wäre cool wenn man alle mitnehmen könnte könnte sich am ende so eine armee bauen die einem nichts bringt okay ich dachte ich habe jetzt auch wieder in die lava geworfen stimmt das wollte ich eigentlich noch mal den clip raussuchen naja egal war wahrscheinlich eh nicht ich will mich nicht daran erinnere war es wahrscheinlich doch nicht so ein lieber clip alles hier irgendwo muss es ja gewesen sein langsam mal zumindest den boot müsste ich doch schon langsam sehen können das ist nämlich der raum in dem wir sein müssen und ich muss jetzt hier alle drei von den robotern ich muss die wohl irgendwie so weit zurück nehmen wie möglich wenn ich es richtig verstanden habe ich muss die wohl irgendwie so weit zurück nehmen wie möglich wenn ich es richtig verstanden habe dann holen wir erstmal den da drüben sind immer noch irritierter der doppelsprung hat ich habe gerade wieder so hart mit dem propeller gerechnet dann holen wir erstmal den da oben weil ich an den sonst nicht mehr dran kommen den ich gerade weggenommen habe und bei meinem glück vergess ich das jetzt ist das Ziel wenn ich alles durch ja ich will ja nicht zurück also doch um ein anderes zurück rufen nicht autorisierten gadget zurück hä hä ich denke das ist der der mir fehlt hä ich darf die nicht mitnehmen so weiter muss der hier sein hä Moment irgendwas mache ich gerade falsch Moment ich habe den Guide glaube ich noch offen ähm das ist auch das ist auch das ist auch ich muss mal kurz schauen und zwar Moment 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 der Klinikbereich das ist bei den drei schaltern ich muss die gar nicht so weit mitnehmen auch nur alle drei ich musste gar nicht bis zum Ende der ist einfach nur hinter einem der ist einfach nur hinter einem der ist gut versteckt vor allem war hier nicht war da oben nicht auch einer ich glaube den sieht man halt höchstwahrscheinlich und denkt dann ja so schnell wird schon keiner mehr hier sein das ist ja fies das hat ja fiese Möppe aber brauche ich da nicht nur zwei weil jetzt den Sprungding habe ich ja wenn ich da rauf kann und der nur mache ich dann zur Brücke ähm Brücke genau ach da oben brauche ich nochmal ein Sprungding und eine Bombe ich glaube ich hole erstmal den anderen zum Springen ne naja ok Klinik kann sich nicht festhalten damit wäre das auch geklärt boah zum Glück habe ich noch eine Stammverteile ich glaube ich den Sprung verkackt gerade ähm Moment Moment muss ja weiter die Kiste kommt von der anderen Seite dann warten wir noch ein bisschen warten ah das wird vielleicht schon gereicht naja gut mal die nächste mitkommen mitkommen so dann muss ich nur die Bombe von hinten holen ich glaube so war es gedacht ich dachte ich muss die Roboter bis zum Ende hin mitnehmen kann man natürlich auch schon schneller machen ich dachte wenn ich eh die zurücknehmen muss komplett ich weiß es ja ne die setzen sich jetzt auch alle zurück aber wenn ich von hier die Bombe holen muss denke ich mal nicht dann kann ich die hier selbst damit nicht was sind das für Kisten Alter was füttern die die na gut ähm dann wieder ne damit ich auch was sehe damit ich auch in Chat gucken kann falls doch irgendwer chatten will falls doch jemand meint mit mir reden zu wollen Mutter ich habe nicht mal Schaden dadurch bekommen fehlen nur noch 5 Stück also und äh das wird so weit hier auf dem D-Planetisator sind 2 und ich habe wurde gespoilert es gibt noch einen Planeten und trotzdem ist der D-Planetisator das ist das Ende und es geht ja wohl ein Mehrfach hin wenn ihr das nicht verstanden habt das sehen wir jetzt ja gleich und ich weiß auch schon was auf dem nächsten Planeten geben wird ich habe nämlich nachgeguckt ob mir eine Reino fehlt es wird Zeit für den Angriff auf den D-Planetisator auf dem D-Planetisator gibt es noch einiges zu holen ich weiß nicht welches davon wir jetzt schon holen können aber es wird wohl einiges geben ach ich sollte wahrscheinlich wieder eine Film Cut ziehen ja das funktioniert scheinbar so das erkennt dann Youtube nicht zumindest finde ich es lustig so zu machen lalalalalala eigener Content und so ich sag jetzt was voll kreatives ich meine kreativer als der vielleicht schon klingt für mich sind alle mal ich hoffe nicht dass die Cutscene nicht so leicht das wäre sonst nämlich echt ärgerlich ich weiß nicht ob ich so oft spammen darf aber ich probiere es jetzt ich bin jetzt einfach nur neugierde ob Youtube das erkennt dann kriegt man wahrscheinlich auch irgendwelche Anfälle und der Sound ist unfassbar nervtötend dadurch aber ey Ordnung die Gute die Gute die Gute 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 die Bär wohl oder was ist das eine Alliösung oder? ist das ja eigentlich... Oh, die galaktischen Schutztruppen wollen uns aufmischen! Oh, wie nett von ihnen! Oh, das freut mich auch schon nicht kennenzulernen! Ein Todesschiff! Das fehlt bestimmt mit Freundschaft! Das ist ein paar... Oh, das ist ein Bosskampf! Wobei, ist das nicht die gesamte Legend-Clank-Reihe? Geheimagent-Clank vielleicht ausgenommen, ich kann mir vorstellen, dass das rätselastiger ist. Ich finde es super eigenartig, dass sowohl Legend-Clank als auch der Sidekick da ein Spin-Off bekommen hat. Wobei es ist zeitbescheidig. D-Clank als vollwertigen Teil der Reihe, nicht nur als den Sidekick. Dass der ein eigenes Spiel bekommen hat und Dexter hat auch sein eigenes Spiel bekommen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Außer Geld. Oh fuck. Okay, ich muss irgendwie dem besser ausweichen. Oder ich muss stärker draufballern. Das Problem könnte hier nämlich sehr schnell sein, dass ich nichts mehr habe an Games. Wie soll ich denn den Raketen ausweichen? Ich kann den nicht vorher abschießen oder doch? Ich muss mich halt so hart nach denen umdrehen. Gott, ich kann ja gar nicht auf Viktor schießen. Ich muss ja auf alles andere schießen. Ja, ist gut. Kann ich auf alles achten. Ich komme für eine weitere Runde zurück. Kann ich nicht raketen? Er hat auch Raketen. Dann will ich auch Raketen haben. Ich hab schon mal irgendwelche Raketen. Ja, ich geh einfach weg. Kann nicht boosten und schießen gleichzeitig. Was ist das für eine blöde Änderung? Das ging früher doch auch. Hat doch auch keiner was dagegen gesagt. Wie viele Raketen habe ich? Jetzt habe ich keine mehr. Ach, da reicht's gut. Hä? Ja, ich schieß doch. Ich kann aber nichts machen. Hä? Bleib dran! Ja, ich kann nichts machen. Hallo! Was war denn die Scheiße? Was war das denn jetzt für ein Blödsinn? Ich konnte ja nichts machen. Ja, komm! Ey, was soll! Was war das denn für ein Fick? Was war das denn für ein Blödsinn? Ich konnte absolut ja nichts machen gerade. Ich war da festgesteckt. Was hätte ich denn da machen sollen? Ja, schieß einfach mal. Ja, ich hab die ganze Zeit drauf geschossen. Nee, ich hatte keine Raketen mehr zu dem Zeitpunkt. Warum sind kleine Raketen so viel zielsuchen da als meine? Der zieht ja nicht mal ansatzweise in meine Richtung und trifft die ganze Zeit. Mit Ausweichung kann ich den auch nicht vernünftig. Boah! Gibt's ja auch irgendwo mal Anotec, oder? Habe ich ja irgendwas kaputt schießen und nachher zu bekommen? Ja, irgendwas hab ich gerade bekommen. Geräten wieder vielleicht? Nee, stattdessen rum nur noch mehr Raketen. Also dann schieß ich halt auch die erstmal. Die geben halt dann. Okay. Das ist etwas. Ah, ich weiß nicht. Die Schüssen sind gefallen mir hier echt nicht. Ich hab kein Problem mit denen in Teil 2. Ich mag die sogar. Daher hat es ein Schiff aber auch mehr customisen als hier, ne? Das ist schon ein bisschen schraubig. Ja, ist ja gut. Ich hab ja genug Raketen. Dann will ich ihn von vorne anvisieren, kann er vielleicht nicht nach hinten Raketen die ganze Zeit auch nicht schließen. So meine Taktik. Danke, danke. Da würde ich eigentlich trotzdem nicht klappen. Die spawnen einfach von ihnen aus, aber... Was geht er denn? Er ist auf der anderen Seite komplett, ne? Super. Moment, zwei erledigt. Moment, zwei erledigt. Du, ist so ich nicht weiß, wie lange ich ihn habe. Dupdi 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 du. Boah, das ist überhaupt nicht nervt. Ich könnte mir hier alles auf einen, wenn man... eine... ja... einfeuern. Boah, hab ich dich verjagt? Wie ist er das? Ne, ich hab ihn. Renzen. Meine Waffen laufen heiß! Aktiviere Thermo-Kühler! Du schaffst du! Du schaffst du! Du schaffst du! Ich geh jetzt wieder! Ja, er ist mit so nachfahren eigentlich nie wieder. Ja genau, von dem halt ich mich jetzt für... Was soll die Scheiße? Ja, ich schieße doch einfach auf ihn. Die sind zu... Du kannst die nicht alle ausfalten. Du kannst die nicht alle vorher ausschalten. So gefällt mir das. Triff ihn mit allem, was du hast! Ach, man soll ja einfach nur ausweichende Zeit machen. Oder was? Ich bin jetzt einfach nur zu gut ballern. Achso, hab schon. Ich hatte grad noch 18% als ich zuletzt geguckt hab. Aber okay, ich war einfach nicht. Ja, sehr gut, Kleiner! Ah, weil der Dreckschleifel finde ich trotzdem weh. Ah, jetzt muss ich schon wieder blockieren! Ah, meine Fresse! Oder ich widerspreche einfach wieder. Äh, da ist Capture Card. Üptidu! Explosion! Aber jetzt hat man sie, glaub ich, gar nicht gesehen. Jetzt ist er sauer. War mein bestes Todesschiff! Und ein einziges! Du Fick-Klapper! Warte, ist das ne Filmsequenz? Nee, Fickens erinnere ich mich absolut nicht. Ist das wirklich ne Filmsequenz? Äh, Moment, es ist... Ja, Wretched ist auch hier... Es muss ne Filmsequenz sein. Aber ich erinnere mich absolut nicht an die. Jäger, schaff das nicht! Oh, ich hab mir das nicht gehört. Das war so cringe. Das ist so cringe. Das ist halt auch was, was ich an dem Film echt nicht mag. Das Wretched so guti-gut los ist. Also das ist, ähm... Das ist... Der Atmosfeuelfel hat's, glaub ich, noch mal weiter übertrieben. Wretched ist in Teil 1 halt einfach echt ein Arschloch. Und das ist... Der Film geht darum, wie er sich verändert. Das macht er hier nicht. Hier kriegt er einfach sein Abenteuer, das er haben will. Und zur Beunruhigung. Ne, de, de... Ist das jetzt ein Clank-Level? Ich glaub, das ist ein Clank-Level. Oh, hi, Viktor. Da ist Viktor wieder. Und jetzt ist er wieder weg. Oh, das ist jetzt wieder ein Clank-Level. Ähm... Im Original ist er halt einfach, ja, ich will da hin. Es ist mir doch egal, ob Quark was erfährt, was los ist. Ist das die Phönix? Ne, 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 die Phönix ist für mich ne andere Schrift. Herr Jesus sollt er mich nicht kennen. Oh, es wird zwei Schiffe, die Phönix heißen. Ähm... Der will halt einfach nur Hoverboard fahren. Und will einfach nur cool sein. Und wirklich persönlich wird es für ihn erst als Quark nicht verrät. Spoiler. Dann ist es was Persönliches, dann will er auch Rache quasi. Und das finde ich, das ist halt nachvollziehbar. Das verstehe ich eher als, oh, ich will der Held sein, ich will ein Abenteuer haben. Und dann passiert das Abenteuer auch noch. Dann gibt ihm der Erfolg auch noch recht. Das macht es ja noch schlimmer. Wir laufen ja auch nur im Kreis, ne? Da waren sie auch ein bisschen voll. Ach ne, jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt sind wir woanders dauerlang. Oder soll ich da lang gehen? Wäre ich da lang gehen? Könnte ich da lang gehen, aber wahrscheinlich nicht. Aua. Aua. Ja, gut. Bei Crash Bandicoot hat die Stelle mehr Spaß gemacht. Aua. 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 So sollte es sein. So ist es, wie es eigentlich sein soll. Aber wo du direkt durch die Türen gehst, labern sie wahrscheinlich direkt weiter. Aua. 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 Spielen ist eine spielbare Cutscene. Das ist eine nervdöne Cutscene, weil sie alles Explo... Expedition machen muss. Weil sie alles erklären. Ach da, okay. Halt doch einfach die Schnauze, Mädels. Also da kann ich noch nicht hinwerfen. Ich weiß echt nicht davon, was ich davon halte, dass Clank so actionreiche Passagen gibt. Ich mach Geheimer Gang Clank schon nicht. Also den Teil in Teil 3. Ich brauch hier 4 Robos. Ich glaube in dem Level kommt Victor noch mal. Der nervt hier noch weiter. Den anderen kann ich jetzt ja... Den noch nicht. Mit dem hier kann ich ihn holen. Aber vorher... wollen wir hier rauf. Da hab ich auch 2... Die können sie nicht abschütteln. Wir brauchen 3 Brüche... Okay. Ich hab aber generell nur 3 gerade, ne? Da brauche ich 3 und hier brauche ich 3. Hoffen wir jetzt nicht, dass irgendwo ein Bonus versteckt ist. Könnte aber gut sein. Warte mal, die brauche ich an der Sprungplattform auch, ne? Bin ich hier oben... Hier oben brauche ich auch... Ne, da brauche ich nur 2. Okay. Dann... Dann dich. Ah, warte... Ah... Ich merke den Fehler in meiner Taktik. Moment. Ich kann... Ne, das bringt mir auch nichts. Den kann ich ja wieder nehmen, aber ich brauche hier ja 2. Ähm... Dann machen wir doch erstmal weiter, wie ich ursprünglich gedacht war. Wahrscheinlich kriege ich hier hinter nochmal einen, das kann ich mir gut vorstellen. So, einmal... Weißt du, das liegt unter 50%, du musst ihn aufhalten, sollst dich aber Rätsel lösen. Das schneidet sich halt absolut. Ich habe sehr viel an dem Spiel zu meckern. Das Problem ist, das Gameplay funktioniert. Das Gameplay macht Spaß. Hm... Wenn ich neue Rücken auf genau die richtige Art baue. Solle Energie. Gut. Jetzt Nummer 2. Ah, okay. Ich muss beide machen. Nur... Wie gesagt, mein Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich da rüberkriegen soll. Den muss ich dann holen. Ich kann ja keinen holen, der dann nimmt... Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Ähm... Ah, dann bring den mal rüber. Und hier den Brücken... Von hier aus muss ich die Brücke kaputt machen, dann muss ich zurückkommen. Also muss ich von der anderen Seite das... Muss ich doch vom Anfang wieder... Von hier aus kann ich die Brücke dann kaputt machen. Dann... Das heißt nämlich so... Wenn ich jetzt also wieder drei Brücken baue, dann ist ja nur die Frage, wo ich anfangen muss mit abbauen. Na? Ähm... Ja, genau, genau. Dann kann ich jetzt rückwärts abbauen. Dann geht das doch mit den drei. Dann kann ich jetzt dich nämlich zurückbringen. So. Da hin. Wenn du nicht gehen, dann kann ich den anderen wieder von da hinten abbauen. Genau so ist glaube ich auch gedacht. Sprung. Es gibt halt auch nur drei, ne? Moment, jetzt habe ich ja immer noch das Problem, dass mir einer fehlt. Oder? Wann hin? Ach nee, hier sind auch nur zwei. Ah, ich habe noch blöd. Guck auch nicht richtig. Ich glaube, ich brauche hier auch drei. Nicht so wenig Roboterarten. Selbst in Teil 2 gab es mehr. Ich habe es in Teil 1 nicht sogar mehr. In Teil 1 bin ich mir jetzt unsicher. Ich habe die Klenkparseisen noch nicht so oft gemacht. Und jetzt zu diesen Punkten. Ich will die jetzt wieder wegbrennen. Bitte nicht. Aaaaah. Ich finde diese Passagen so langweilig. Und so blöd. Und sie labern hier die ganze Zeit. Da muss hier nichts extra erklärt werden. Du könntest auch sobald Klenk dann da draußen sagen. Ah, ich muss jetzt nur... Du kannst alles, was die labern. Die haben da vorneweg 20 Texte. Kannst du alle mit zwei Sätzen zusammenfassen. Denn überhaupt nötig. Du musst nicht auf jeder Plattform, der hier steht. Sag, diese Plattform kannst du noch nicht verwenden. Vielleicht kannst du sie zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Wenn du Gadget XY hast. Ich verstehe auch so, dass ich die nicht verwenden kann. Also warte. Ich geh rein hier. Aua. Ich höre halt nicht zu bei dem, was du laberst. Das ist das Problem, wenn du zu viel laberst. Das hört dir keiner zu. Dann musst du was wichtiges rüberbringen. Das musst du als Game Developer nun mal. Und das geht dann unter. Weil dir eben keiner zuhört. Weil du zu viel laberst. Das würde auch bei einem RPG oder was. So wäre das auch so. Wenn du mich irgendwann mal Plot bringst. Aber wenn es nicht interessant genug ist, wird dir keiner zuhören. Wenn du die ganze Zeit nur laberst, ohne irgendwas zu sagen. Genau das macht das Spiel. Es gibt mir nicht Infos. Es nervt mich nur. Es respektiert meine Zeit und meine Intelligenz nicht. Hab ich das Gefühl. Aber jetzt kann ich doch wieder zurück. Okay. Das ist dein Ende, Blechbüchse. Oder da rein. Du bist fast da. Ja. 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 Ja ist. Ach da. Okay. Kann man diese Mission eigentlich wieder machen? Weil Viktor sollte ja eigentlich nicht mehr da sein. Aber man braucht ihn ja so irgendwie übergreifen. Ich kann nicht, wenn ich sie nochmal machen wollen würde. So ist es jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass ich hier nichts übersehe. Weil ich echt keine Lust habe, dieses ganze Rennen vor ihm weg Teil nochmal zu machen. Ich finde das ist so langweilig und schlecht. Es passt nicht zum Charakter. Ähm. Da hab ich eins zum Hochspringen. Ich hab den also hier oben. Die krieg ich zum Gehen dann noch. Dann kann ich auch noch einen holen. Und den aber... Ja stimmt. Moment, Moment, Moment. Du kannst jetzt eine Brücke machen darüber, ne? Nee, kannst du nicht. Mist. Mist. Jetzt soll jetzt meine große Hoffnung, dass du das machen kannst. Ähm. Was mach ich dann? Kann ich da rüberspringen? Das sind Röhren. Da kann ich nicht rein. Da ist ein Brückending. Aber das ist... Ne, ich kann auch hinbauen. Wie viel dieser alte Vogel einstecken kann. Doch mit so einem Streck... In so einem Klänklänge wurde nie Stress gemacht. Und da wurde ein Actionfin nebenbei gedreht. Und trotzdem war es Skills zu lösen. Trotzdem hat es thematisch mehr gepasst als das hier. Das wird mich jetzt, wenn ich die Brücke scheinbar wieder zurückbauen kann. Aber ich glaube, ich habe hier alles, was ich jetzt brauche. Dich zur Plattform, dann dich hoch. Und dann habe ich oben zwei. Weil einen hatte ich ja schon oben. Genau. Ach nee, ich brauche drei. Ich bin diesmal wirklich. Kann ich... Einen von denen? Ähm... Ähm... Wie kriege ich... Wie kriege ich jetzt eins von den Sprungdingern da drüber? Ähm... Moment. Ich muss mir wirklich einen Moment überlegen. Das Rätsel für sechsjähriges Kratzen bin ich gerade zu blöd für. Den kann ich... Warum kann ich nicht hoch machen? Ich muss ja auch hoch am Ende. Also muss einer von denen ja da bleiben. Hm... Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadget-Bots in diesem Raum zu sammeln. Rotierende Gerät? Was willst du von mir? Ich sehe kein rotierendes Gerät. Was willst du? Das verwirrt mich nur noch mehr. Ich werde mich nochmal nachdenken. Ähm... Ich kann die beiden runterwerfen. Dann habe ich da drei. Ich muss einen... Ich muss einen von beiden rüberkriegen. Auf die... Auf die... Auf die Sale-Plattform. Dafür habe ich diese Brücke. Aber da kriege ich ihn ja nicht rüber. Ich kann keine Brücke bauen. Und hier kann ich die Brücke da hinbauen. Und hier kann ich die Brücke da hinbauen. Hm... Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadget-Bots in diesem Raum zu sammeln. Ich verstehe nicht, was mit rotierendes Gerät gemeint sein soll. Kann ich hier eine Brücke jetzt hinmachen? Dann könnte ich mir den ja von drüben holen. Ich kann dahin generell keine Brücke bauen. Was für ein rotierendes Gerät. Ich sehe hier absolut nichts, was sich rotiert in irgendeiner Art und Weise. Hä? Ist das hier irgendwas, was ich... Was ich hier in der Giram machen? Nee. Ach, warte, warte, da drüben steht noch eins. Das ist noch mal irgendwas. Ah, I get it, I get it, I get it, I get it. Ähm... Mal überlegen, mal überlegen. Jetzt. Ähm... Ähm... Oh, halt die Schnauze. Ah, okay, dann will ich's andersrum machen. Ich will nicht beide da drüben, ich will beide auf die Seite hier machen. Und dafür musst du... Du musst eine Brücke machen. Genau. Damit du rüber gehen kannst. Und du wartest jetzt erstmal da drüben. Dann wird der hier wieder weg. Der wird zum Sprung-Ding. Okay, ich geh zu. Das Rätsel ist... Das war jetzt etwas schwieriger. Das liegt vielleicht auch sagen, dass ich einen wesentlichen Teil des Skizis jetzt nicht gesehen habe. Und zwar dieses Elektro-Ding da, aber... Es fühlt sich trotzdem schwieriger an. Ja. Dann mach ich gleich die Brücke. Ähm... Und du machst Elektro, dann machst du die Brücke. Und dann habe ich hier drei auf der Seite. Und das passt dann ja perfekt. Nee, warte. Ich hab was falsch gemacht. Und was hab ich falsch gemacht? Ist der ja wieder in der Sprung... Jetzt hab ich ja nichts geändert, ne? Ich hab ja trotzdem nur zwei wieder oben. Ich muss ja drei oben haben. Ich brauch ja trotzdem noch einen Sprung-Plattform hier. Wie krieg ich denn noch einen hierher? Also ich kann den... Den... Jetzt hab ich drei auf der Seite hier. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt einen Spaß auf dem Punkt. Aber nee, hat er nicht. Jetzt hab ich halt auch wieder nur zwei, die ich... Jetzt hab ich hier zwei Sprung-Plattformen. Ich kann damit also zwei wieder hochnehmen. Jetzt hab ich aber dasselbe Problem nochmal. Das Ding hat mir irgendwie gar nichts gepackt. Krieg ich dich nochmal da rauf? Aber die Frage ist halt wie. Weil um einen da raufzukriegen, brauche ich ja eine Brücke. Ich brauche jetzt zum Wechseln mindestens eine Brücke oder eine Sprung-Plattform. Es sei denn... Ich muss mal was probieren. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Das nervt mich jetzt einfach nur noch. Nee, das wird falsch. Ähm... Da kann ich Brücke da hinbauen oder da? Da. Aber nicht beides gleichzeitig. Das nervt mich jetzt einfach nur noch. Das nervt mich gerade einfach nur noch. Ich trage nichts zur Story bei... Film-Cats-Dienst ist es jetzt schade drum, aber ich will jetzt hier mal in Ruhe gucken. oder kann ich... Moment, äh, Moment. Das ist zu früh. Sollte ich mich nicht hier machen. Das soll ich von der anderen Seite aus probieren. Geh du nochmal auf Elektro. Wenn ich einen von der Brücke so mache... wenn ich mich jetzt durch mitnehme. Kannst du jetzt hier eine Brücke machen? Ah! Ich muss von der Plattform aus eine Brücke machen. Alles klar. Kaum werde ich nicht mehr ständig unterbrochen mit den ganzen Voice-Dingern. Funktioniert es. Ich bin über den, wo ich die Katzen daran drüber springen soll. Es nervt mich einfach nur noch. Ich bin jetzt einfach nur noch toxisch. So, dann holen wir das Elektro. Dann geh ich da hin. Dann holen wir das Kuro Elektro. Geh es an deinen Platz. Und der letzte ist schon Elektro. Ich muss immer mal ganz blöd fragen. Mal ganz, ganz blöd gefragt. Wenn ich jetzt hier runter springen würde, wäre ich doch gesoftlockt. Oder? Ich meine, ich kann wahrscheinlich in die Pampa springen. Und damit wieder für mich setzen. Aber es sieht mir nach softlockt dann aus. Man merkt halt, wie nichts dieser Intro insnütig ist. Das müssen wir wahrscheinlich noch ein drittes Mal jetzt machen. Er wirkt halt auch so viel bedrohlicher dadurch. Wenn ich den Scheiter sonst nicht gesehen hätte. Ja, ich wollte eigentlich ins Menü. Na gut. Dann hätte ich gesagt, ich spiele es ohne Spiele. Ich habe genug von denen gehört. 80, 90 Prozent dieser Texte kannst du rauslassen. Kannst du ohne Probleme rauslassen. Ich muss hier nicht wissen, was los ist. Welche fällt hier rein? Weil ich kann eigentlich die Untertitel auch noch raus machen. Untertitel aus. Ich habe gerade Untertitel ausgemacht. Untertitel aus. Das ist glaube ich so. Das Spiel wird dadurch sehr viel besser. Das ist hier. Na gut. Jetzt habe ich Klenk nicht mehr. Das ist jetzt das erste Mal im Spiel, dass ich Klenk nicht habe. Weil es im Film so war. Da hat sich was Neues am Einfallen lassen. Todeshandschuhe. Ach, das macht noch kleine Kinderroboter. Killerroboter. Ich merke gerade, meine Bolts sind ja Bolts. Warum sind meine Bolts Bolts? Ich wollte doch... Ich nehme wieder die Kugeln. Da fühlt es sich nicht so sehr an, zu dich Geld sammeln. So, was machen meine Killerroboter? Sind ja die auch Teil 1. Folgt ihr mir? Folgt ihr mich? Ne, ihr folgt mir nicht. Schade. Jetzt fühlt sich halt so ein bisschen an der Stealth-Mission, weil sie nicht die ganze Zeit labern. Die jagen sich nur in die Luft. Okay. Ich würde mich jetzt gut umgucken, weil ich nicht weiß, wo die Sachen jetzt gesteckt sind. Ah, guck mal. Schon was gefunden. Ich gehe jetzt nicht extra wegen drei Dingen zurück zum Händler. Also den werden wir eh noch einen Händler sehen, irgendwo. Der ist schon wieder verschlossen. Wie sieht das auf der Karte aus? Okay. Noch sehr linear. Das ist so viel angenehmer. Die hätten mir jetzt bestimmt schon 5 Millionen vollgeprascht. Nehmen wir den Handschuh. Das sind nicht ganz so die Mini-Roboter, die einen verfolgen, die ich ansonsten immer liebe. Aber die sind auch schon ganz cool. Das sind halt mehr ein Bombenhandschuh. Ja, da ist sogar noch einer übrig. Ähm. Die sind glaube ich nicht zu dir. Oh, ich bin jetzt so viel angenehmer zu spielen davon. Ich weiß auch, die Cutscen sind. Die Cutscen zeige ich halt einfach mir. Dann sieht man vielleicht auch mal, wie lieblos die Cutscencen sind. Weil ich mir vorstellen kann, dass du die Story vom alten ungefähr verstehen würdest. Auch wenn die Cutscencen kein Ton hätten, kein Untertitel. Weil hier sind es halt nur Leute, die rumstehen. Weil da sind halt ihr Feuertypen auch so viel gefährlicher. Du, da hast auch nur 3 Nanotech. Das kommt wahrscheinlich dazu. Das ist, äh, 4 Nanotech. Ich weiß, dass man ganz am Ende mehr bekommt, aber ich hatte das nicht. Ich hab das nicht richtig verstanden. Ich will mal noch den Long Jump machen. Das ganze Spiel, aber kannst du den Long Jump machen. Und jetzt nicht mehr. Das ist ungewohnt. Kannst du den Sport machen? Aua. Irgendwann hab ich es gebrochen. Aua, nicht noch ein Gerüst. So viel. Irgendwann hab ich aus dem Rats gefahren. Aua. Aua. Eigentlich bräuchte ich auch die Kugel. Ja, das ist doch zu weit, ne? Das ist zu weit. Moment. Mach nochmal eine da hin. So. Sehr schön. Ähm. Du bist da halt immer noch. Der ist fast 5. Die sind alle 5. Der ist jetzt gerade 4. Den hab ich, der, das ist ne Sniper. Ne, das ist nicht die Sniper. Das ist trotzdem erschreckend, dass der noch Stufe 3 ist. Du merkst halt, wie wenig ich den nutzen kann. Das ist die Sniper. Ne, die Sniper. Aua. Aua. Ne, wir nicht die Sniper gegen den. Immer noch einen Long Jump machen. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Wahrscheinlich ja. Jetzt mal nicht einfach so willkürlich springen, wie ich einen Long Jump machen. Jetzt laufen wir wieder an der Deck. Das ist jetzt wieder Mindfuck für mich. Ach, hier ist nur ne Karte. Okay. Dann gehe ich hier weiter. WAH! Ich meine, das ist ne Abkürzung. Muss ich nicht den ganzen Weg zurückgehen. Ist das hier schon wieder zu? Ist das schon die dritte Tür, oder was die zu war? Wollte ich mir vielleicht im Hinterkopf behalten. Oder ist mein Arme weg? Die hole ich mir noch schnell. Gut. Das ist jetzt schon die vierte Tür. Oder hätte ich die davor schon mal nicht gezählt. Oder hätte ich gern die Sturmstiefel. In dem Bereich hier. Meine, die hätte ja alles geschlossen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war zu sehr auf den Schützturmtypen konzentriert. Oho, kann ich hier was damit mitmachen? Das sieht nicht danach aus. Scheinbar nicht. Jetzt nochmal Nanotech. Wobei ich ja das Gefühl habe, Nanotech bringt dir gar nicht so viel, weil du stürzt eben, wenn dann instant. Entweder ist es, ist der Gegner eh so stark, dass er nicht mit einem One-Hit-T oder er hat keine Chance gegeben. So andere Schwierigkeits-Tubi gibt es nicht. Oh, hier ist alles zu. Meine Güte. Hier ist auch zu. Ja, ich zu. Meine Presse. Was ist denn hier alles? Aber scheinbar sind das alles Räume, laut Karte. Ja, laut Karte sollte es hier noch reingehen. Ich meine, ich weiß ja, dass man nochmal hierher zurückkommen wird. Moment, das hier sieht mal nach Falle aus. Da ist drag, not drag. Da oben leuchtet was, das sieht nach Gold Bolt aus. Wenn hier in der Mitte halt schon Loot liegt, da rechne ich damit, dass hier überall Gegner gleich kommen. Wobei, warte, da ist vor noch mal ein paar mehr. Dann kriege ich meinen Podcast noch zu upgrade. Au, die machen halt, die machen halt wirklich keinen Stahl. Au. Na komm, späte dich ab. Ja, vielleicht soll ich ganz langsam mal weitermachen. Ich kriege gerade zu viel aus dem Maul von dem. Dann halten. Weil ich das ganze Milizieren darf verschwenden. Dieses geht da oben. Na gut. Ich bin fast tot, aber... Nein, ich werde nichts anderes ein. Da ist auf jeden Fall ein Gold Bolt. Frage ist natürlich jetzt, wie ich da drankomme. Ich mag das ja sogar, weil der Statue die Finger gekreuzt hat, aber ich selbst gegenüber. Kann ich den jetzt schon mitnehmen? Ich würde gerade nämlich noch mal hier den Dietrich-Putz nutzen. Der wacht wahrscheinlich nur die Tür auf, aber ich möchte trotzdem wissen, ob das nicht noch irgendwas anderes macht. Ich will mal erstmal... Erstmal alles raus. Und dann gucken wir von innen heraus mal. So blockierst du nichts. Ihr seid zu zweit. Dann müsstet ihr aber eigentlich hier drauf gehen. Würde ich jetzt mal schlag vermuten. Dann kannst du nochmal... Wenn du den machst, blockierst du. Wenn du den machst, blockierst du nicht. Dann habe ich dich noch. Ah, warte. Da blockiert doch irgendwas. Ihr beide blockiert. Ah, möchte ich euch mal anders hinsetzen. Oder die beiden sind nicht die Lösung dafür. Was haben wir denn noch? Das ist einer. Das sind zwei, die sich so verschneiden. Klinge aber so. Kann ich den da hin? Kann ich den nicht einfach aktivieren? Nee, nicht. Oder kann ich den so nicht einfach aktivieren? Ha, perfekt. Es macht nur die Tür auf. Karte sagt mir auch nichts. Außer, dass hier hinter noch was ist. Ich würde stark vermuten, dass ich den Volt noch nicht holen kann. Ist zumindest meine Theorie. Ich weiß nicht, warum ich gehe jedes Mal Kopfschmerzen, wenn ich die Spiele spiele. Eigentlich macht es Spaß und alles. Aber ist das irgendwie wegen Motion Curl oder sowas? Kann ich das ausstellen? Ich weiß jetzt nicht, wo. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo. Warte, warte, da war irgendwas von wegen. Nee, doch nicht. Okay, habe ich falsch gesehen. War wohl schränkig. Auch. Killer-Robo hier? Euer Einsatz. Nochmal euer Einsatz. Die sind halt jetzt schon so viel besser als die normale Bombe. Auch wenn sie weniger Munition haben. Mit einer normalen Bombe überhaupt schon was zu treffen, ist schon schwierig genug. Ich würde den da hinten nehmen, den Herzenwerfer. Den ich treffen würde. Oder nehmen wir halt die Sniper für ihn. Äh, da. Aua. Ich muss das sagen. Er sollte mich eigentlich nicht treffen. Aber gut. Aber das war nicht er. Das war irgendwas von dem anderen. Das kann natürlich auch sein. Das ist so viel angenehmer. Ja, okay. Ich gucke mir ja endlich mal meine Karten an. Das ist ja schon gut. Ich mache es ja schon. Der rechts ist der Bösewicht aus, ich glaube, Quark in Time. Okay, dann kann ich den Bombenhandschuh mitnehmen. Ich habe fast wieder 10 Duplikate. Das kann ich den dann noch holen. Hier könnte ich nochmal äh, da, laufen. Und nochmal, noch mehr Holokarten, weil ich halt noch nicht genug habe. Du willst halt auch echt auf die Schnauze kommen, okay? Da war nämlich keine mehr. Die Sterne. Endlich glaube ich auch gut gewesen, vorher schon. Ja, Quark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt einfach schnell abfeuern. Und, Max, dann erhöht sehr schön. Ich glaube, das sollte eigentlich so ein Gegnern-Kotletz sein, aber ich mache das jetzt gar nicht so stark nach und nach. Vielleicht, dass ich mich hier hinten verstecke. Der hat mich aber halt schon fast halb getötet, ne? Nach einem Treffer. Hm. Yes! Yes, in Level 3. Der levelt schön schnell. Der ist halt auch stark. Der haut halt auch rein. Und nur in dem Clip steht das meistens nicht mehr. Was, wenn was, ja, guck, was am Ende war, was tot sein soll. Aua. Alter, du hältst ganz schön was aus, wenn du drei Aggressator-Schüsse aushältst. Ich glaube nicht, dass er sich wieder getroffen hat. Der hat getroffen. Wackt! Was hat mich denn der als erwischt? Jetzt sind meine ganzen Brüzi, die hier hatte die Spawn, ne? Scheißdreck. Ganze Gegner gefüllt ist nichts und wieder nichts. Und hier hinten war Nanotec. Ich habe mich also umsonst da. Scheiße. Ich bin ich umsonst in Gefahr begeben. Na gut. Außer Boles habe ich ja nichts verloren. Und ob das wirklich sich belohnt, hätte es auch wieder die Frage. Bloß ich habe mehr als genug. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, ich kann nämlich lieber die Sniper haben. Du kriegst hier keine Schadensanimation, wenn du ein Sniper bist. Du wirst nicht irgendwie, dass der Bildschirm mal kurz gut wird. Nö, du siehst nur oben deine Nanotec weniger werden. Und ich wundere mich, dass ich die ganze Zeit Schaden nehme. Wenn es mir nur so schlecht angezeigt wird, ist es ja kein Wunder. Na, ihr seid zu weit weg. So, dann gucke ich damit nochmal. Und hier oben. Drückt mich, ob ich sie. Ah, der hat eine Karte fallen lassen. Sehr schön. Und da habe ich ja. Die Karte kann ich sich gleich wieder einlösen. Da. Wir hatten die Sammlung. Wo fehlte noch eins? Hier fehlt noch eins. Nee. Ah, ah, ah. Korakor. Soll ich aus dem Film, ne? Äh, war das gar nicht zu sehen. Ja, 2016. Ja, das ist sie. Da haben wir auch schon einige. Ich bin noch. Gut, dann ist doch ein Film, Mann. Oder habe ich mit anderen auch getrunken? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe schon wieder zwölf Ravitarios gezogen. Ja. Du kannst mir der Sniper halt nicht einfach normal in die V-Siegel werfen. Das geht nicht. Oben ist noch irgendeiner. Mach's jetzt. Oh, ich hab keinen Bock. Ich versuche, mir an dich dran zu kommen. Alter! Ich bin doch, wenn siehst, die ganzen Explosionen, was siehst du schlechter. So, jetzt habe ich jetzt noch nicht mehr Damage. Lass ich die jetzt mal hier rumfliegen. Früher hat das nämlich immer... Alter, einen Schuss, die fährst du in der Lebenden weg. So hat das früher nämlich immer funktioniert. Boah, der schießt halt auch dahin, wo ich sein werde, ne? Nicht dahin, wo ich bin. Das ist clever von ihm, aber... Ich meine, es gibt Leute, die haben das Konzept das Sollte nicht verstanden, soweit ich weiß. Das sich bewegen, das ist nur nicht schlecht, weil ich nicht die Leute wo die sein werden, die nicht so übeln. Die blöden Granatenwerfer. Kriegt ihn da auch nicht von ihm nicht runter. Da oben ist immer noch einer, ne? Ja. Kann ich. Okay, da war die Bombe jetzt mal sehr praktisch. Ausnahmsweise mal. Ich glaube, die Bombe ist die schlechteste Waffe, die ich habe. Da ist noch so einer. Ich komme noch zu ihm da drauf. Aua. Der lebt auch noch. Okay, ich habe das noch. Aber noch. Machen wir so. Wie komme ich jetzt da drauf? Gut, dass das jetzt gezeigt wurde. Ähm, Sterne. Keine Sterne mehr. Ne, ihr seid dafür blöd. Dann du. Ich hoffe, ich habe noch da irgendwie nichts oben drauf. Ah, hier rüber. Okay. Ja, ich rate mich nicht mitnehmen. Der Richter, den kenne ich auch, meine ich. Der haben fast alle hier, meine ich, ne? Phönix. Achso, das ist die andere Phönix. Na gut. Ja, es läuft so ein bisschen schnell. Es gibt noch irgendwie 20.000 davon, aber da kann ich nicht hoch. Vielleicht. Ich kann halt auch jetzt ohne Clank hinspringen und gucken, ob da was ist. Na, wenn da eine verschlossene Tür ist, muss ich ja da rüberkommen eigentlich. Kann man das Level später fliegend machen? Boah, ich sehe halt auch nicht, wie ich da raufkommen soll gerade. Vielleicht ist da auch einfach nichts. Achso, das ist ein Schwunghaken-Ding. Da ist auch eine verschlossene Tür, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das ist schon der letzte Raum. Ich weiß nicht, was gehört, dass hier schon was versteckt ist. Nee, war schon mal ein Attiefment. Genau, da oben ist ein Bolt. Und ich glaube, die Leiter brauche ich dafür. Jetzt muss ich nur gucken, wie das genau war, was ich machen sollte. Ist das der Planete da gerade auch? Sieht sehr ähnlich aus. Ich kann den so nicht gut machen. Doch, so kann ich es. Okay. Das sind eigentlich Planeten, auf dem wir waren. Das wäre nämlich interessant, wenn ich so wäre. Ich überlege gerade, wo Fetchit auch vorher schon, als sein Heimatplanet zerstört werden soll. Ich glaube, dann wird er auch in Teil 1 erst sauer. Dann nimmt er das auch persönlich. Wenn er mit Quark oder als Vailin zerstört werden soll. Das ist auf jeden Fall dafür, dass man alle Planeten zerstört. Aber was genau das jetzt war, weiß ich nicht. Da war halt ein Schalter. Das mit dem Planeten wurde mir gesagt. Und damit kommen wir hier an den letzten Gold Bolt. Also so gesehen den letzten. Vorher war natürlich noch einer, wo man glaube ich noch nicht drankommt. Und wir kommen nochmal hierher in das Level. Ich glaube, man macht das Level irgendwie zweimal oder so. Und deswegen kommt man wieder hierher. Oder dann wahrscheinlich mit Clank. Also ich kann da noch nicht. Ich muss erstmal mit dem Dietrich das machen. Ich habe dieses ganze Level jetzt halt auch verstanden. Ohne was machen zu müssen. Ohne, dass ich alles erklärt bekomme. Warte, mach du erstmal aus. Hier habe ich zwei. Könnte ich jetzt so oder so machen. Hier habe ich einen nur. Blockiert da. Aber hier könnte ich ihn hinmachen. Und dann hier. Wenn ich das nicht einfach irgendwie so. Ne. Blöd. Vielleicht den großen da bin ich. Ne. Müßte ich dich. Müßte ich wegschieben. Im Glück hier ist du das. Dann könnte ich den. Da. Ähm. Moment. Das bringt nichts. Macht nochmal, Adel. Ich auch. So hatten wir... Ne. Hatten wir so so oder so? Ich glaube so hatten wir so. Dann bringst du mir gerade noch nichts. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, jetzt blockierst du da. Du blockierst hier den. Also so kann ich dich nicht hinmachen. Dann so. Dann kann ich aber genauso gut auslassen. So blockierst du dann. So blockierst du. Das ist mit dir. Du blockierst auch in jedem Fall. Dann machen wir das nochmal aus. Dann machen wir das nochmal aus. Machen das mal so. Das sieht gut aus. Das klappt nicht so wie ich das gerne hätte. Oder ich bräuchte hier eine. Und das ist hier von blockiert. Mach den nochmal aus. Den seine zwei. Kann aber auch sonst nichts machen. Wenn ich ihn hierhin stelle, blockiert er. Wenn ich ihn hierhin stelle, blockiert er, blockiert er, blockiert er. Er kann, wenn er, wenn der hier benutzt wird, muss er so sein. Und bei dir. Kann ich hier ja so rum machen. Aber du kannst du den aktivieren. Und ich glaube, ich sehe von. Ne. Aber den. Ha! So. Hab ich jetzt irgendwas gewonnen dadurch? Ja, die Tür ist da offen. Jetzt wird das Spiel zu Resident Evil. Beziehungsweise war das nicht auch eine Szene in Matrix. In Rayman 2 gibt es das glaube ich auch. Na, das ist halt alles schon voll. Die Raketenwerfer noch nicht. Den sollte ich mal wieder einsetzen. Hier sind noch Gegner. Ja, da kommen noch mehr. Ähm. Oh, der Verpixler ist fast voll. Ich will mich den jetzt nehmen. Und damit ist er voll. Ade Verpixler. Deine. Mega Blast für den Sechzehunders. Ja. Ja. Aber er hat jetzt. Macht den jetzt nicht zu 3D-Modellen, oder? Hä? Boah, lass mich den doch mal aufladen. Okay, jetzt einmal noch stärker. Wenn ich den so aber nicht nutze, wäre ich es wahrscheinlich auch nicht mal. Ja! Ich wollte den Verpixler testen. Der sieht aber auch irgendwie cool aus jetzt. Ich mag das blau. Damit ist die Seite noch nicht ganz durch. Der fehlt noch und dem fehlt noch. Und der auch noch. Aber wir sind auf einem guten Weg. Moment. Vorne stand ja auch einer. Ich sollte ihn wieder vergessen. Ich sollte vielleicht noch eine Discobe wieder reinwerfen. Irgendwie macht die einen in den Stratten so viel. Da habe ich schon keine mehr. Okay, dann kann ich jetzt wieder raus. Da habe ich jetzt gegen die, wenn die tanzen. Das ist leer, das ist leer, das ist leer. Fast leer. Der Sniper ist nicht so gut. Ah, noch gegen die am Boden. Und gegen die in der Luft nehme ich das. Oh, der geht aber ab. Den will ich ja gar nicht töten, fast schon. So wie der am Abdancen ist. Der hat sich fast seines Lebens. Ach, meine. Wieso habe ich mir nie irgendwas positioniert? Ja, da, da, da. Hallo. Ja, nein, nein. Ja, ja. Geht weg. Meine explodierenden Viecher gegen eure explodierenden Viecher. Okay, ich glaube, ich habe gewonnen. Da geht es glaube ich weiter. Da ist Muni, die soll ich mitnehmen. Hier sieht es sonst nichts mehr aus. Ich meine, in manchen sind die da keinen mit drauf unten. Die sehen halt alle ähnlich aus. War nicht im Film irgendein Gag, dass die alle dieselbe Mutter haben. War nicht irgendwas. Ich glaube, ich habe da gerade was übersehen. Moment. Ich habe hier aber schon. Okay. Aua. Die Läder halt so weitaus weniger gefällig sind als die Gegner. Ich glaube, ich bin da mit durch. Noch mal Nanotech. Das ist gut, weil die nächste Heitung dauert ein bisschen. Da dauert auch nur unten rum. Da kann ich aber noch nicht hin. Ich glaube da unten hin. Ja, scheinbar irgendwie. Achso. Darüber. Okay. Ja, ich glaube. Ich glaube noch mal ein bisschen. Beziehungsweise. Moment. Ich kann ja aufrüsten. Und ich denke, die hier sollte ich. Ich glaube, wir müssen gleich mal aufrüsten. Die werden schneller. Größere Entfernung finde ich wichtiger. Fast schon. Ich kann die halt eh noch nicht alle. Deswegen würde ich die schnell noch mal nicht schneller machen. Achso, manche müssen sich erst verbessert haben, bevor ich die Rollen nutzen kann. Jetzt verstehe ich es. Ähm. Hier zum Beispiel. Den sollte ich echt mal verbessern. Ähm. Fahrenradius. Und Tanzenlänge. Radius, Radius, Tanzenlänge. Ne, nehmen noch mehr Schaden. Jetzt habe ich zwei. Okay. Habe ich noch? Ich denke, ich habe noch zwei davon. Will ich das hier unten nochmal mitnehmen. Na Möglichkeit dann. 60.000 Volt und keine Ahnung, wie ich damit tun soll. Nur just in case. Sollen die schon mal vorgehen. Das andere, die Arbeit gerne machen. Hat sich scheinbar gelohnt. Glaub ich bin immer neue. Irgendwas ballert glaube ich schon auf mich. Da unten. Funktioniert das noch? Die teilen sich noch, oder? Irgendwas ballert die ganze Zeit auf mich. Ach, da hinten. Das ist ein Panzer. Oh Gott. Ähm. Hüüüüüüüüüüüü. Ich glaube, ich will den erst mal abdancen lassen. Wenn ich den damit da kommen kriege, wäre das mal nicht verkehrt. Tanz nochmal? Tanz für mich, Baby. Tanz für mich die ganze Nacht. Das ist meine Discovery sogar. Ich hätte die Discovery-Gefälle eher leveln sollen, die scheint doch recht stark zu sein. Ich habe nämlich knapp noch eine Menge Raketen, die ich in jedem Fall wasteen will. Ach, sehr schön. Äh, Skogruhe, Raketen, ist nicht so gut gegen euch. Die, die ich in jedem Falle bin. Oh Gott, da ist noch ein Panzer, da ist noch ein Panzer. Komm näher, dann willst du tanzen. Du musst doch auch mit uns tanzen, Panzer, gib doch zu. Nein, da ist noch. Au, man sieht auch noch mitten rein. Egal. Dann kriegst du jetzt die schweren Geschütze ab. Dann kriegt die halt auch die schweren Geschütze ab, wenn der Kopf besteht. Ach, komm schon. Du wirst zweimal getroffen, du stirbst dadurch. Ich meine, das ist schwer, das erwarte ich auch anders. Ich kann schon wieder was upgraden. Ich glaube, ich will hier das Google weitermachen. Ich wüsste nicht, wie das Google. Wir fahren rein nach Kursa. Ja, mach das. Aua. Ich kann mich halt die Hände nicht mal gucken, richtig. Generell ist das Ausweich in dem Spiel deutlich schwieriger, das Gefühl. Früher konntest du die ganze Zeit umherspringen und niemand konnte dich irgendwie treffen. Das klappt jetzt so nicht mehr. Wo das jetzt da hinten aufgeht, sollte ich gerne mal gucken, ob hier da noch ... Ach scheiße, ist das schon offen. Ja, die Schmelzbeinheits-Levelin ist ein Achtung. Irgendwas hat mich doch noch von oben gerade abgeknallt, ja. Boah. Ja. Ja, gut. Dann halt nicht. Ich hab schon wieder einen Teil. Ich könnte das den ganzen Tag so machen. Ich werde jedes Mal stärker. Ich fange mit denen wieder an. Und ... ... Da ist ein Panzer. Ich gucke jetzt das Waffe ab. Der schießt halt wirklich dahin, wo ich hingehen werde. Das bilde ich mir nicht nur ein. Da ist er jetzt schon wieder. Das bilde ich mir nicht ein. Das machen die wirklich. So, dann darf ich gleich anfangen. Ähm ... und die Raketen wieder raus. So, so können die herzlich wenig gegen einen fluchen, wenn man genau weiß wo die anfangen wollen. Habe ich noch ... Ja, ich kann mich noch mal tanzen lassen. Äh ... Kann mich noch mal tanzen lassen. Der ist gerade noch am raus, weil der braucht noch einen Moment. Ah, jetzt sind da oben schon wieder neue Arschlöcher. Gibt's doch nicht. Ach, hier mal alle. Die Nerven ist gerade. Ja ... Ja, genau. Ich lauf da nur noch lang, um mal Deckung zu suchen. Weil du nirgendwo diesem Scheißspiel mal Deckung nehmen kannst. Hier wollen sie es jetzt auch mal wissen. Man kann sich halt echt nirgendwo mal für 5 Sekunden in Deckung nehmen. Das geht nicht. Ja, da ist der Vorsitzende, der ... Ja, das geht nicht. Okay. Aua. Ja, da ist ein Arschlöcher, das würde ich mitnehmen. Aber ich weiß nicht, das Ausweichen hat früher besser funktioniert. Dann werde ich noch mal eins rein. So, das geht jetzt. Oh, das Ding explodiert jetzt am Ende. Das macht auch noch Damage. Sehr schön. Ähm ... Einen hab ich noch. Das sollte eigentlich das Ausweichen kennen. Alter! Ist noch durchgekommen. Ach so, ihr seid das noch da oben. Ähm ... Treffe ich die überhaupt? Aber ich treffe die nicht mal. Ja, die treffen mich, aber ich kann sie nicht treffen. Das ist natürlich auch wieder fair. Kann ich jetzt ein Tanzen bringen? Und hier unten. Und hier unten. Nee. Okay. Los, tanz noch mal ein bisschen. Wenn ich mir mal meine Ruhe habe, wenn ich meine vernünftigen Positionen finden kann, wo ich euch treffen kann. Oder einen Weg hier rauf. Oder sonst irgendwas. Vor dem jetzt da eine Kugel. Hier sollte das erledigen. So. War's das? Nee. Warten wir mal nicht. Da hinten ist noch eine Leitung, Leute. Ja, das können wir nur einfach für Soldaten. Kein Auma. Nee, da ist noch mal ein Panzer dabei. Ich finde, die Diskrepublik ist fast schon notwendig, wenn du hier durchkommst. Damit man halt nicht alles auf dich schießt die ganze Zeit. Und selbst dann ist die Reichweite halt nicht so groß. Was? Den Panzer loswerden und den da hinten. Meine Güte. Und ich habe nichts, womit ich den da hinten jetzt vernünftig treffen kann. Könnt ihr auf den schießen? Nein. Aber er kann auch mich schießen. Ah. Damit vielleicht. Nee. Vielleicht auch mal nicht. Oder doch so rumreißen. Warten, bis er geschossen hat. Fuck. Keiner mehr. Nee mehr. Nee. Nee. Ähm. Boah, das war so klar. Ey, jedes... Wie soll man denen denn ausweichen? Egal, wo du dich hinstellst, sie schießen dahin, wo du gerade bist. Die treffen dich. Das kannst du nicht verhindern. Mehr Munition für Disco-Krugel. Das ist nice. Habe ich jetzt schon abgekühlt? Ja, habe ich. Ja, also der Bereich ist jetzt wirklich wer. Da wollen wir es jetzt wirklich wissen. Nee, noch nicht. Und... Punkt, aber tief. Ich hätte gerne nochmal ein Schild oder bessere Rüstung oder sonst irgendwas. Ich habe das Gefühl, alles bringt mich instant um. Und ich nehme jetzt auch mal meine guten Waffen. Kann ich nicht nämlich Zähne verstecken und die machen alles. Das Ding kriegt Schaden. Kriegt euch die Blitze, kriegt euch Schaden. Ob es genügend ist, das weiß ich nicht. Aber es kriegt auf jeden Fall erstmal Schaden. Und wenn es Zähne im Radius ist, würde ich hier auch machen können. Und dann Feuer nochmal. Okay. Dann werfen wir da hinten eine Bombe. Und ein paar Mini-Roboter. Und solange die da beschäftigt sind... Sobald der Panzer hier down ist, was ja auch sehr schnell jetzt der Fall sein wird. Dann kann ich hier oben gleich noch die Typen ausschalten. Mein Problem ist immer, die stellen sie in Positionen, wo ich sie nicht vernünftig treffen kann. Aber ich kann auch nirgendwo in Deckung gehen. Genau. Die Kugel ist schon wieder weg. Was ist das? Ja, wenn ich meine harten Waffen raushol, dann kommen sie auf einmal nicht mehr so gut gegen mich an. Was? Ich will da rauf. Vielleicht sollte ich das nicht jetzt machen, wenn hier gerade noch so viele Gegner sind. Das ist das einzige, was mir hier wirklich vernünftig weiterhilft. Als andere ist sie speziell für die Situation. Darf ich jetzt? Ja. Hier oben ist nicht mal was drauf. Ach, warte. Hier sind... Hier sind schon ein Haken-Ding. Nehnt er noch was? Das sieht so ein bisschen danach aus. Nehnt er noch nicht. Da sind halt immer noch Gegner! Meine Fresse! Ich will den jetzt einfach nur ausschalten. Und erst dann meine Waffen gehen nicht mehr, deswegen können die noch die ganze Zeit weiter schießen. Das scheint aber der letzte große Raum auch vom Finale gewesen zu sein. Ah, jetzt ist wieder die Scheiße! Äh... Ist egal, ich sehe die Katze, aber... Ah, die ist auch nicht gut. Die ist auch stinklangweilig. Ich habe aber hier keinen Ton. Also das macht nicht mal einen Unterschied. Weder Ton noch Untertitel. Ich weiß gar nicht, was sie überhaupt sagen gerade. Dweckst hat da eine Waffe, die ich nicht habe. Warum schaue ich mir das überhaupt an? Ich kann doch das... Ja. Wir springen das einfach. So ein Problem gelöst. Ich will es mir auch nicht ansehen. Da bin ich ganz ehrlich, selbst ich will es nicht sehen. Hallo. Oh, Klenks Kopf ist wieder so riesig, ne? Äh, bla bla, Story, bla bla. Ich bin gar... Das ist ein Verlust, den ich einsehe. Dafür, dass wir... Dafür nicht, dass ich nicht die ganze Zeit voll gelabert werde. Wir sagen jetzt nur, ich muss hierher genangen, weil wegen Storygrund und so... Ich kann jetzt gar nicht mehr zum Deplanetisator. Interessant. Ich will es halt gar nicht hören. Ich will es halt gar nicht hören, was die sagen. Die reden so viel, dass es mich nicht mehr interessiert, was die relevanten Sachen sind. Weil das, was sie sagen, alles nicht relevant ist. Der Klenks Kopf ist in den Cutscenes doch viel größer, kannst du mir nicht erzählen. Jetzt ist er wieder kleiner. Im Rucksack-Modus ist er in seinen Kopf deutlich kleiner. Ist das hier das Level, wo so ein Freund-Ding war und man Deserteur finden musste, weil hier Krieg gerade ist? Das war im Original, glaube ich, viel dunkler. Oh, hallo. Ich habe dich nicht gesehen. Ähm... Ja, er springt erstmal runter. Okay, soll mir recht sein. Oh, dann findet man hier auch den Händler, den man dann später in Teil 2 wieder... Indem man einen Rabatt bekommt. Oder irgendwie so. Weil es nur für Mitarbeiter gibt, die ein Jahr da sind und dann in Teil 2 kriegst du den Rabatt dann halt wirklich. Das war ziemlich cool. Wenn es so war. Wenn es so war. Wenn es das Level war. Ähm... Was mache ich wegen des Schiff am besten? Nichts. Das Schiff ist zu stark. Insofern sind da zu viele andere, wenn ich nicht erstmal gemeint hab. Boah, die können aber auch bis zum anderen Ende des Bildschirms schließen. Ja. Dann sollst du ja hier ganz gut grad die Sniper benutzen. So, war's das. Ich glaube, ich geh nochmal gerade zurück. Okay, das Clank wieder. Ist das die Gadgethorn auch zentraler, wenn dieses G da ist? Schade... 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 Warte, warte, der Schafstrahler ist doch in dem Spiel! Komm, Gegner... Warte, 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 warte... Was? Ein Schaf zu schaffen... ...wirkt ein mächtiges Paradox. Egal. Es gibt ihn also doch. Äh... Oder will ich hier weiter aufrüsten? Ich glaube, ich will hier wirklich das Google weiter aufrüsten. Und zwar würde ich den Wirkungsbereich gerne noch größer machen. Und hier unten zweimal Wirkungsbereich. Und hier oben nochmal Wirkungsbereich. Mehr Bowls. Vorbei... Ich krieg dann ja nochmal irgendeinen anderen Bonus. Hoffentlich ist das nicht auch nochmal mehr Bowls. Es sieht aber schon deutlich größer aus, als der den Ikki in Erinnerung haben. Oh Gott. Oh Gott. Das halbe Level ist ja Quinten. Was haben wir denn jetzt hier? Äh, die eine aus dem Film und eine andere Waffe. Äh, da war die Waffe. Die interessiert mich mehr als der Kräfte. Richter war aus der... Ne, die war aus Gladiators. Deswegen. Da war einfach Raketenwerfer. Gladiators gab es auch schon weniger Waffen. Weißt du das? Unterklingen. Ich glaub das sind die... Die... Nexos sagt mir nix. Hier könnten meine Wurfsterne dabei sein. Ist das... Ne, war es das nicht. Ich hab schon... Ich weiß nicht, ob Omni-Schlüssel, ob ich den da mitnehmen kann. Ob das mehr Schaden ist oder sonst... Warte, ich hab ja zwei hier. Ähm, zwölf. Quest for Booty... Okay, ne, kann ich nicht. Ähm, was sollte ich denn machen? Drei kann ich machen. Ich kann mir ein Set quasi vollständig machen, wenn ich will. Königs könnte ich mir mal voll machen. Nein. Ja, wir haben doch schon fast alle. Da gibt's gar nicht so viele. Raumschiff... Achso, das ist einmal die... Okay, das ist einmal selber. Ähm... Dann hier. Tools of Destruction. Jedes Mal mach ich's falsch. Okay, den kenn ich auch nicht. Ähm... Ja, die, wo Tools aus Destruction dran steht, werden glaube ich alle aus Tools of Destruction sein, ne? Verrückt, ich weiß. Ähm... Da brauch ich zwei. Den Brenner mitnehmen, aber das sind halt die Waffen... Ach komm, dann... Dann gucken wir jetzt mal. Weil ich hier oben, glaube ich, jetzt die ganzen Boni schon hab. Ich mein, ich krieg ja superschnell alles. Und dann brauch ich alle zwei Sätze. Deswegen, ne, jetzt interessiert mich was... Was ich mit den Omni-Schlüssel bekomme. Was? 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 Steigt um 100%. Das ist viel. Boah, der ist cool. Das ist... Ist das der, der in dem anderen Ratchet da getragen wird? A Quack in Time. Das könnte sein. Gibt da noch so einen anderen, so einen Bufflombux? Ich kann mir vorstellen, dass der den hat. Was ist das? Was bin ich hier so? Ich bin mir manchmal nie sicher, ob jetzt wirklich auf mich geschossen wird, ob das einfach nur ein Effekt ist. Der jetzt halt hier spielt, weil hier alles angegriffen wird. Ich glaub, sie schießen wirklich auf mich. Ah, hallo. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie haben mir die Schafe früher besser gefallen. Die sehen mir zu realistisch aus, wenn ich ganz... Die anderen waren einfach kleine süße Cartoon-Schafe. Das war einfach Schafe aus Pfeiro. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Schaf... Welcher war der Schafinator? Den ich jetzt hab, oder? Der hat auch unendlich Munition. Das ist super. Ähm... Kann ich das mal sehen. Nee, ich glaub hier rüber. Ach, hm. Schafinator. Der andere ist der andere Schafstreiter. Den macht ich lieber. Der war auch irgendwie zielsuchend. Der muss ja genau drauf bleiben. Du hast hier auch so ne Pfeirozif-Funktion, aber... Gegen die Protopads war der halt so gut. Vor allem, wenn der dann weiterentwickelt war. Und die Schafe explodiert sind. Das ist halt der Punkt, wo ich gemerkt hab, oh mein Gott, die... Selbst die schlechten... Die schlechten Waffen, also die halt weniger Damage machen, haben manchmal nicht Anwendung, weil der Raketenwerfer war nicht gut gegen die Protopads. Der war Verschwendung. Aber der Schafstrahler war richtig richtig gut gegen die. Wie soll ich denn jetzt lang? So, ich muss nur ausbrechen. Boah. Das war knapp. Ach, den Schalter hätte ich drücken sollen, ne? Kann ich noch mal ne Runde frähen? Please. Okay, er hat noch gefehlt. Ne, ich glaub ich geh grad nicht noch mal ne Runde. Ich geh grad irgendwo anders hin. Da war noch ein Schalter, den ich drücken müsste. Kann meine Brombe hier aber auch nicht werfen. Warte, da ist ein Goldbolt. Da ist ein Goldbolt. Da ist ein Goldbolt. Da war ein Goldbolt, gerade. Komm ich denn da dran? Aua. Aua. Jetzt hab ich die Strecke zu Ende gemacht, ne? Ich hätte irgendwo anders lang gemusst. Damit komm ich wahrscheinlich wieder zurück. Vielleicht komm ich mir nochmal genauer angucken. Ich hab leider auch nicht drauf geachtet, wie viele Goldpulse es hier gibt. Im Level. Was ist das für ein Chip? Da ist das natürlich jetzt blöd. Jetzt krieg ich nicht gesagt, was der ist. Da ist die Schlangenhaken. Das kann ich aber nicht mehr. Die Schlangenhaken. Die Schlangenhaken. Das müsste ich glaub ich sein! Das ist das Jahr sehr wohl. Da ist der ganz kleine Schlangenhaken. Interessant besitzt. Ah, ok. Dann hab ich den jetzt hier bekommen. Ziemlich sicher, dass es der war. Hä? Warum ist hier ein Taxi? Ne, wenn da auch ein Teleporter ist. Boah, ich kann mich nicht mehr in dem Taxi bewegen. Was soll denn die Scheiße? Was soll das denn? Warum darf ich nicht im Taxi rumspringen? Vielleicht gibt es ein Achievement, wenn man hier alle, wenn man die Strecke fährt, ohne getroffen zu werden. Das war früher, glaube ich, immer mal wieder ein Stilpunkt. Das Spiel ist... Ey, ey! Wollte gerade sagen, das Spiel ist überhaupt nicht verbuggt. Sollte mich da noch ein bisschen hinschneiden, aber da kam der Zug dann schon. Da ist ein Scheiter. Was habe ich jetzt damit für mal Sicherung? 1, 2, 4, okay. Ich gehe jetzt mal hier lang. Da ist noch einer. Oh Gott! Egal! Hat auch mal funktioniert. 3 Oh, mitnehmen. Er will jetzt wieder hier hin. Oder sonst wäre ich dann hier nur im Kreis gefahren. Lass mich nur noch eine Sicherung finden. Nein, nein, nein! Ach, komm schon! Warum ist... Komm, das wirkt jetzt auch nicht wirklich nach Aufprall. Sag's ja nur. Dann nehme ich jetzt mal den Teleporter. Mal gucken, ob ich mich woanders hinbringe. Äh, hier war ich noch gar nicht, ne? Hier war ich wirklich noch nicht. Ja, lol, ey. Habe ich nicht gedacht, dass ich wirklich woanders rauskomme. Die Karte hätte ich sonst lange übersehen. Ist das eine Riederkarte gewesen? Ah, Junior, okay. Warte, ist der komplett aus... aus 2016? Ähm... Wo ist er, wo ist er? Ah, ne, Nexus war er schon, okay. War da was für die Junior-Variante, okay. Dann wahrscheinlich noch den Boss, den wir da besiegt haben. Ich fürchte fast, ich muss die Schalter jetzt nochmal aktivieren. Weil ich einmal doof gegen so ein Fahrzeug geknallt bin. Da waren sie früher auch großzügiger damit. Ich bin schon eineinhalb Stunden wieder am Machen. Und wir haben das Plan doch noch nicht gemacht. Ich dachte, es geht schneller. Aber darum wiederum suche ich ja auch alles. Es macht alles, was ich machen kann. Ich habe Backtracking schon gemacht und die Sachen, die mir gefehlt haben. Also ich würde nicht sagen, es war verschwendet. Im Gegenteil. Hat sich sehr gelohnt. Aber schnell war es jetzt nicht unbedingt, ne? Hat es nicht früher auch mehr Schlaganimationen auf den Singern? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich gehe schon mal hier hin. Genau. Ey, ey, ich bin doch noch drüben. Darf ich zumindest... Oh, danke. Ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt noch wieder da komplett den ganzen Weg zurücklaufen müsste. Ich habe überlegt, ob ich das Spiel nochmal zurücksetze, damit ich das so wieder anfangen kann. Ich glaube, das Spiel setze ich da hin zurück, damit du die Karte findest. Das ist wiederum clever. Mann. Das ist nicht schwer. Ich nehme mich nur gerade doof an. Das ist noch das eine Mal, wo ich nicht springen durfte. Das sehe ich nicht als meine Verschuldung. Jetzt will ich hier den Bonus-Weg gehen und die zwei Schalter aktivieren. Das ist noch ein Mal. Das ist noch ein Mal. Das ist noch ein Mal. Lockert. Gerade noch ein Wicht. Das habe ich schon mitgenommen. Ich freue mich, wie Ratchet es zwar schafft, an dieser Stelle mit den vielen Kurven da unten noch auf der Schiene zu bleiben und sich in der Luft mitzudrehen. Aber okay. Ich weiß mal drauf. Das ist ja ein Videospiel. Ein bisschen... Es muss nicht logisch sein. Es muss nur in sich selbst schlüssig sein. Das ist, glaube ich, so der Spruch. Ich muss hier das einfach langsam anlegen. Ich habe genug Zeit, um hierher zu springen. Ich will es halt nur immer schon viel zu früh machen. Und ich muss vielleicht den Schalter überhaupt noch mal finden. Da ist der Goldbrot. Dann will ich hier wahrscheinlich wechseln. Da ist der Schalter. Ah, okay. Das Tor wäre sonst zu gewesen. Einfach. Alles klar. Dann habe ich es ja komplett richtig gemacht. Ich glaube, die Ringe haben sich dran gemacht, weil es sonst zu schwer wäre, das Elektriklinz. So, ich kenne noch die Schnelle. So, aus dem Weg. Ich will meinen Goldbrot haben. Und ihr werdet mich nicht davon abhalten. Yay. Ich gehe nur noch drei. Jetzt nicht übergessen, dass ich es bringen. Ja, egal. Wahrscheinlich gibt es einen Zielpunkt, wenn man nicht getroffen wird. Äh, in der Tee-Man, meine ich. Bin ich mir aber gerade egal. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Deswegen will ich es jetzt nicht ausprobieren. Ich habe jetzt auch keine Lust nachzuschauen. Wenn es doch kann, mache ich das mal schnell. Das dauert auch nur zehn Minuten. Seid nicht, ich stelle mich doof an. Dann dauert es vielleicht länger. Okay, dann machen wir die Brücke hoch. Da oben habe ich schon Gegner gesehen, die auch nicht feuern wollen. Ich habe eigentlich... Ah, ich kann nochmal aufrüsten. Was wollen wir machen? Ja, ich würde sagen, und dich machen wir. Nicht unbedingt wegen mehr Bulls, sondern wegen dem Bonus. Hm, ja. Und noch größeres Bulls. Okay, am Ende explodiert es noch in den größeren Boom. Ich freue mich schon drauf. Die werden wahrscheinlich wieder zu schwarzen Schafen, die dann explodieren können. So war es zum Sinn, Teil 2. Hell und Erret. Hä? Achso, weil ich damit zielen kann. Okay. Der gegen die freien Gegner sind hier ganz praktisch. Das war's, ich wollte hier nicht machen, geht ein paar Gegner, ihr wollt selber nicht mal angreifen. Na gut, ist ein Wissenschaftler, keine Soldaten, macht wiederum Sinn. Hallo. Aua, ich brauche die anderen konzentriert. Mir fehlt die Anzeige, wie weit ich die zum Schaflon gemacht habe. Wie pflichtig eigentlich, damit ich hier wirklich arbeiten kann. Also das ist der Schafinal, also weil der DNA verändert, okay, ich mach das Schafsymbol mehr. Jetzt hier ist, glaub ich, blöd. Fack, kriegt noch aber keiner nicht dran, ne? Ähm, glaub ich dran irgendwie nicht dran, krieg ich vielleicht zurück hier. Ja, der soll jetzt aber auch an mich dran kommen. Aua! Ja, fack. Ja, fack. Ja, fack. Ich sollte auch Waffen nehmen, die für diese Situation geeignet sind. Allerdings fehlt dir auch nicht mehr viel. Und dir auch nicht. Na gut, nehm, nehm, nehm. Haben wir jetzt mal unseren Spaß damit. Das ist zwar maßlos Overkill, aber drauf geschissen. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. So. Direkt da können wir übernehmen die nicht. Nee, direkt wahrscheinlich auch nicht so wirklich. So. So viel einfacher, wenn man das nicht versucht mit dem Schafstrahler zu machen. Ist das ein Schafstrahler, den ich drücken muss, oder habe ich den jetzt schon gedrückt? Scheinbar habe ich den schon gedrückt. Ich glaube, ich will mal wieder die Dinger umstellen. Ich will mal wieder die Dinger rein. Ähm, hier könnte ich halt nicht rein. Das ist mein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich ihn jetzt treffen muss. Also, früher war es halt nach Länge. Ja. Achso, da füllt sich ein Kreis in der Mitte. Ah. Okay, ich werde es diesmal machen, indem ich einen vorher mal ausschalte. Wo ich mich nur auf einen konzentrieren kann. Aua. Hm, die sind glaube ich auch nicht los hier. Alter. Alter. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne mal etwas mehr verteidigen. Und die Dinger können nicht springen. Warum kriegt man erst Mr. Zurkon und dann erst den Todesanschluss? Das macht andersrum doch viel mehr Sinn, weil Mr. Zurkon fliegen kann. Der ist doch viel praktischer. Viel universeller einsetzbar. Ich hätte halt andersrum gemacht von Waffen her. Vor allem kriegt man den Schafstrahler halt echt sauspät. Das ist nötig. Ich meine, wir waren quasi schon mal im finalen Level, ne? So gesehen. So. Äh, und dann. Wenn wir euch. Nehmen wir einen Blick noch. Genau. Und jetzt möchte ich an dem den Schatz drauf gehen. Ja, okay. Jetzt muss ich dieser Bereich in der Mitte füllen. Ich mobbe die Anzeige an der Seite mehr. Die hast du eher im Blick gehabt. Die war eindeutiger. Beim Ball hast du dann noch sofort gesehen, wie schnell sie sich spült. Ich habe eine Waffe mit unendlichen Munition. Die ist jetzt fast voll. Ah ne, das ist nur Schubzei. Entschuldigung. Ich dachte, die wäre jetzt schon voll abgecredited. Was macht die dann? Oder geht es wahrscheinlich einfach schneller bis zu Schlafwerden? Das war jetzt einfacher als Welle 1. Ich dachte, das ist alles jetzt selber. Ähm. Warte. Erstmal. Erstmal ruhig die wieder raus. Und dann weniger links. Boah. Die hauen aber auch rein. Vielleicht nicht, warum ich in dem Spiel los bin, allem auszuweichen. Oder warte mal. Mich stören irgendwie die Ringe gerade. Ich mag die doch nicht so. Will mal Metallwerbung. Was auch immer das man mal war. Der ist noch da drin. Der kann auch noch auf mich ballern. Deswegen muss ich vorsichtig sein. Das ist der einzige. Nee, ich esse noch aber hier. Ach, Mello. Okay, ich fang auf hier aber wieder an. Ich wollte gerade sagen, die waren hier alle in der Luft. Brauch ich eben die Luftvariante davon. Boah. Ich seh vor lauter Schüssen halt nicht, welche meine sind. Ach, das sind Münzen. Das sind Marios Münzen. Jetzt checke ich's. Hab mich auch gewundert, dass von jetzt dem Mario sowas an die Spielung kommt. Mann! Warum sterbe ich denn jetzt die ganze Zeit in dem Spiel? Oh. Da ist ein Goldvolt. Cool, dass wir drüber gesprochen haben. Das Spiel wollte nur zeigen, dass ich ja noch ein Goldvolt übersehen habe. Deswegen hat's mich die ganze Zeit umgebracht. Ich könnte natürlich auch meine guten Waffen nehmen. Ja, aber ich will die alten halt... Ich will halt die schlechten Waffen trainieren. Damit ich halt mehr gute Waffen habe. Der von dem Weg hat nämlich eine Bombe geworfen. Genau. Und da hinten ist noch einer. Ja. Aber ich glaub, man kann mir noch gar nicht so wirklich dran, oder? Was ist denn auf den Münzen drauf? Was soll das Wettel sein? Ach, guck mal, das zeigt mir das Kartending sogar an. Das zeigt mir auch an, wo ich Karten und sowas übersehen habe. Wo kann ich da schon hin, überhaupt? Ja. Damit muss ich mir gleich diesen Planeten nochmal angucken. Oh, fuck. Egal. Ja, die müssen sind ganz okay. Die lass ich mal eine Weide drauf. Schon wieder verbessern. Ja, ich denke, die sollte ich langsam mal aufrüsten, ne? Gefahrensrunde größer oder Schaden? Direkter Schaden würde ich eher sagen, sollten wir machen. Direkter Schaden, Gefahrenbereich. Was ist das? Schneller. Ah, Gefahrenbereich. Schaden. Einen habe ich noch. Dann nehmen wir halt nochmal Radius einfach. Was wäre das hier? Direkt in der Reihe. Ah, hier oben wäre noch. Ah, ich sollte vielleicht oben umgehen. Gleich. Na gut. Ah, ich glaube, ich weiß noch was ich machen soll, wenn ich den Goldfluss gekommen bin. Ah, ich kann mir selber bestimmen, weil ich das drehen will. Gehen wir nochmal ein Stück? Mach ein Stück. Oder auch nicht wirklich. Ähm, wie reicht der? Ach, da unten sind wir schon. Ähm. Gummert ihr euch mal da rum. Da ist mein Goldfluss. Kann ich da so klein mal drehen? Da kommt's ein Problem? Aber ich weiß nicht, ob ich den Sprung so schaffe. Vielleicht noch ein bisschen. Oh, ich kann mich halt nicht mal drehen jetzt beim Schwingen, ne? Was soll denn die Scheiße? Ich glaube halt beides nicht. Ist doch kacke. Ja, ne, ne, ne. Wollte ich nicht. Das ist schon witzig. Ja, egal. Ich will sowieso vorher nochmal gucken. Ich habe ihn jetzt ja schon gedreht. Aber du kannst halt... Also so klappt das nicht. Kann ich da rauf? In der Seite vielleicht. Könnte sein, ob ich das machen soll. Macht jeder das mal. Dann ist alles sauber. Und auch die danach spawrenden Gegner, bitte. Ups. Ja. Ich kann da definitiv rauf. Die Frage ist jetzt halt nur wie. Da sind Pisten. Das heißt, ich kann da rauf. Ich finde diese kleine Robbe da echt nicht so gut wie meine Zurkons. Ach so. Ah, hier hätte ich mich festhalten können. Okay. Erst los. So. Das ist jetzt... 26 von 28. Haben wir jetzt ja auch schon fast alles freigeschaltet, ne? Ja, hier haben wir alles. Charaktere noch. Da sind 20 Stück. Und das sind alle sehr langweilige. Die sind einzig Gegner nur. Sind die nicht auch... Größenheitsaus Teil 1? Ne. Ne, das sind die Redesigns. Habe ich nicht schon jetzt auch... Ja genau. Dan Johns Kopf könnte ich auch nehmen. Unbegrenzte Munition. Unversicht. Ich möchte es eigentlich mal ausprobieren. Bin ich ganz ehrlich. Ob ich es lasse, weiß ich noch nicht. Ja, nein. Ne. 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 er. Ne. Ne. Geht's mal los hier? Okay, okay. Gut, ich bin ab mich erwischt. Er hat mich erwischt, der war lustig. Wie gebe ich zu, der Gag war gut. Der war besser als jeder Katzen-Gag, den ihr bis jetzt gemacht habt. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich glaube, ihr seid noch ganz gut. Oh, ne, gegen das Schiff war ich aus Trost. Ach komm, warum bin ich hinter dem Kiste nicht von dem Feuer gefützt? Was soll das denn? Warum geht das Feuer einfach durch die Kiste durch? Wenn ich das mache, ist das eine unsichtbare Wand. Aber wenn der Gegner das machen will, dann geht es nicht. Kriegt ihr schon was zum Trost schießen? Ne. Aber ich könnte jetzt schon... Moment. Ich würde das gerne zum Trost schießen. Boah, es reicht genau. Eine Milizierung reicht dafür genau. Ja, die kleinen Roboter haben schon was gemacht. Sehr schön. Ups. Keine Muni mehr. Sagt mir, was ihr jetzt besser solltet. Ah, hallo Leute. Wie geht's euch denn so? Ich merke gerade, wie mein P-Sport da wieder heiß läuft. Ich weiß nicht, was die da manchmal macht. Ich hab' nichts gegen den vernünftiges, oder? Ich hab' vielleicht noch... Sniper ist also... Ja, der ist noch der Raketenwerfer. Ja, egal. Der schießt halt die ganze Zeit auf dich. So, die Grundsituation ist da schon... Du bist so ganz fair, hab' ich's Gefühl. Komm, komm, komm. Das Ding ist doch kaputt. 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 Ich hab' auch kaputt. Ich hab' den Kopf, ich hab' den Kopf aus. Oder ich treffe mich. Sonst bleibe ich weit weg. Es kann mich treffen, also sollte ich es auch treffen können. Ähm... Ja. Ja, du bist immer noch Level 3. Nur mein Schaf 3 ist noch Level 2 und der wird auch noch, oh gut, du bist auch noch, aber ich habe ihn halt so viel später bekommen. Reg ich das so down? Ich probiere das jetzt einfach und wenn es nicht alle meine Munition kostet, kriege ich ja eh wieder Gluten neu, sobald ich sterbe. Also es scheine zu treffen, es bewegt sich zumindest. Ey, nur sobald du selber getroffen werden kannst und dann hat das Ding unbegrenzt Munition und kann ich total wegballern, was soll denn die Scheiße? Habe ich Sniper-Munition noch? Ne, habe ich natürlich schon alle aufgebraucht. Wenn das nicht, ah doch, es reicht, okay. Oh, was eine schwere Geburt. Sollte vorher kommen, da oben ist einer. Du bist schon draußen, aber du bist halt noch zu weit weg von allem. Das Level geht für euch scheinbar noch. Komplimition, Nanotech, Nanotech. Da fliegt noch einer, dann nehme ich jetzt den nochmal. Bei dem ich keine Experimente mehr machen will. Und da ist noch ein großer. Okay, das machen wir jetzt noch ein, der Kanaten wirft. Zwei sogar. Boah, der soll doch gar nicht mehr auf mit den Gegnern, ne? Ähm, Moment. Schlaf. Schlaf euch irgendwas. Boah! Die hauen echt zu hart rein. Ich habe nicht so viele Distanzwaffen. Alle meine Distanzwaffen sind jetzt leer, quasi. Ja, ich brauche auch fünf Schuss da noch rüber. Das bringt mir auch nichts. Weil ich dafür erstmal halbwegs drankommen muss. Die Sniper-Flechter werden sollen. Kannst du nochmal irgendwo... ...dank hüten schonmal? Du musst die Gegner ausschalten, vielleicht. Ja, ein bisschen. Schleinbar. Du ballerst auch noch nicht auf den. Ah, okay, da habe ich nochmal. Der ist noch gut. Ich weiß nicht, ob das trifft. Alter! Ich habe den Kerl nicht mal eine Bombe werfen sehen, da hinten. Meine Güte! Ich weiß nicht, ob das wirklich schwer oder ob das einfach nur frustrierend gerade ist. Boah, der Schiff ist auch wieder da. Ging, dass ich nichts machen kann, vernünftig. Ey, der Damage-Aptop von dem Schiff ist halt absurd. Das kann durchgehend ballern und du kannst nichts machen. Du musst da irgendwo beiseite gehen. Ich ziehe nochmal irgendwo ein Automat, wo ich mich auffüllen kann. Und ich muss ja auch vorher nochmal auf die anderen Sachen achten. Okay, wenn ich das Schiff so ausschalte, dann geht's. Dann habe ich das Plasma nämlich später. Das ist fast schon zu früh wieder passiert. Den Fliegenden würde ich jetzt mal Dich nutzen. Damit ich mich nicht darum kümmern muss. Die Kunde Katschina. Ich denke, wie der hier drinne. Du könntest auch schon mal auf den Europorne ballern. Aber nein. Der weg. Der weg. Der hinten ist noch weg. Okay, wenn ich einen Headshot mache, macht das mehr Damage. Das ist eigentlich logisch. Ja, jetzt. Was war ich gegen die? Bleibt ja eigentlich nur noch die hier. Das sind schon wieder so kleine Kack-Kiecher. Oh Gott, nie noch eins davon. Aber jetzt sieht man das Problem, glaube ich, optimals. Es hat keinen Cooldown. Und es tötet mich instant. Das ist jetzt fair. Ich habe noch zwei Raketen. Das könnte vielleicht reichen. Alter, ja, ist gut. Jetzt war ich... Vielleicht, dass es jetzt ausgewichen ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich es überhaupt noch schaffen kann. Da habe ich keine Munition mehr. Da habe ich nichts mehr... Da habe ich nichts mehr zu werfen können. Der kann mich treffen und ich bin mir unsicher, ob ich ihn überhaupt treffe. Super fair wieder. Was soll ich machen? Ich kann dann... Ich muss da durchgehen und in Bewegung bleiben. Oder ich gehe drauf. Ja, ich gehe von so weit hinten. Nee, wahrscheinlich nicht. Ey! Meine Fresse! Meine Fresse, Entwickler! Habt ihr es hier aber ein bisschen übertrieben, ne? Das war nur so ein ganz kleines bisschen, ne? Das ist den irgendwie downkriegen, damit ich für später noch was habe. Ich kann ja die Bomben nicht mal weit genug werfen, weil die treffen ja nicht. Ich komme mit denen gar nicht so nah dran, wie ich müsste. Ich lähme das jetzt aus mit Zukunft. Solange ich das hier auslähmen kann, jetzt mal. Nee, die ballen jetzt mal an der Wand. Och, Mann. Aber wenn die Zukunft doch dran kommt, müsstet ihr doch eigentlich auch dran kommen. Natürlich nicht. Nicht mal der Brenner reicht, um den mal mal runter zu klicken. Und da brauche ich halt auch die starken Sachen. Du hast halt irgendwie nicht in den Fernangriff zu machen, dann nimm dich. Wie viel Aritarium-Sorten haben wir gesagt, jetzt mach ich so, ich suche jetzt mal an Nanotech. Hier ist ein bisschen was, das reicht mir nicht. Ich möchte mal gerne zwei Treffer von dem Schiff aushalten können. Wahrscheinlich nicht, dafür gibt es niemanden Nanotech mit dem Level wahrscheinlich. Das ist ja nicht verkehrt, aber ich habe trotzdem viel zu wenig für das, was ich bräuchte. Ich komme ja durch den ganzen Bombenregen da schon gar nicht durch. Wie soll ich das denn machen? Händen wir schon. Da ist eine. Ja. Da ist die Dark Souls-Taktik und Rennen einfach drin. Vielleicht komme ich bis zum nächsten Checkpoint, das reicht mir schon. Ich glaube, das hier ist der nächste Checkpoint. Ich glaube, das hat sogar geklappt jetzt. Ja, wie willst du denn dir mal ausweichen? Das ist nicht der nächste Checkpoint gewesen. Meine Fred. Kann ich nochmal zurückgehen? Ich würde mich gerne mal irgendwie jetzt besser aufrüsten gegen den Blödsinn. Oder ich level jetzt einfach einzelne Waffen hier erst mal. euch vielleicht noch. Schafft oder nicht. Das ist Verständung. Und wenn ich hier eh nicht einsetze. da ist schießen aus drei verschiedenen Winkeln. Schießen sie auf mich. Wie soll ich da irgendwie Gegenwehr leisten? Ich komme wahrscheinlich erst rein, wenn die Gegner besiegt sind. Ja, schön. Danke für nichts. Ey, ich weiß nicht, warum sie die Stelle so... Warum sie da so reingeschissen haben. Ja, das war jetzt fair. Meine Güte. Gott, diese Stelle. Ja, ist viel zu viel Flugscheiß. Ich hoffe, dass du nichts hast, wo du dich gegen Flugsachen werden kannst. Damit kannst du dich, wenn damit nicht, damit nicht, damit nur von weit weg, damit nicht, weil die viel zu schnell schießen, als dass du aber nicht auswählen kannst, damit nicht, mäh, minimal, damit nicht, damit nicht wirken, weil... Kann ich die Schiffe damit zum Tanzen finden? Ja, okay. Das hätte ich vielleicht eher machen sollen. Das hätte ich mich retten können. Vielleicht muss ich die Reichweite davon nochmal massiver sehen. Hey, es sind halt auch drei Schiffe da. Wie willst du da irgendwie mal vorankommen? Ich warte jetzt drauf, dass der Aggressator uplevelt, damit ich den mal öfter nehmen kann. Damit der noch irgendeinen Bonus oder was kriegt. Dann hier die Disco-Kugeln, der hofft, dass die ein, zwei Schiffe damit panzen. Tun sie aber nicht. Jetzt habe ich mal fünf Sekunden Luft hier. Weil die Schiffe jetzt mal aufhören, die ganze Zeit. Vielleicht die vielleicht so jetzt mal downplayen. Nein, natürlich nicht! Weil noch 20 andere Sachen da auf einer ballern. Meine Fresse! Boah, habt ihr das hier übertrieben, dem Level? Ich glaube nicht, dass das Level einer geplaytestet hat. Das glaube ich erst, wenn ich sehe als Beweis. Ja, natürlich geht das da wieder durch. Jeder scheiß Gegnerangriff geht euch auch noch durch. Boah, kotzt es mich gerade an. Ich brauche hier 20 Sterne, um den einen Gegner da wegzukriegen. Meine Güte, ihr habt alle Gegner in die Luft gestellt. Habt ihr auch mal Gegner am Boden platziert? Ich bin seit einer halben Stunde, glaube ich, an dieser Scheiße. Ohne, dass ich vorangekommen bin. Irgendwas. Geil, die machen extra. Ich sehe die noch nicht mal auf dem Bildschirm. Und ich mache eine Explosion auf mich. Weil die gespornen sind. Super. Das ist fair. Weil ich hier drei Disko-Fühlen hinde, hoffen, dass du irgendeins der Schiffe tanzt. Nur tanzen nicht alle. Ich habe mich ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich es damit überhaupt downkriege so schnell. Wahrscheinlich eher nicht. Handel ist jetzt endlich. Nein, da ist noch einer. Handel ist jetzt endlich. Nee. Das wollen schon wieder die nächsten. Meine Fresse. Was ist mir gegen euch noch? Ich will die draußen haben. Ich will nicht von hinten irgendwie abgeschossen werden, nur weil ich wieder ein Gegner nicht sehe. Das Ausweichen sind ziemlich die Gegner in Feuern dauerhaft vor. Das kommt von mir als nächstes Schiff. Ich sehe es doch schon. Ich habe es da rechts schon wieder gesehen. Nein, lass mich auf das Scheiß-Schiff zielen. Boah. Das hätte ich auch noch kaputt machen können. Aber nein, die Kamera wollte ja nicht. Das hätte ich nicht geschafft. Wir sind sicher kein Checkpoint. Das sieht nach Checkpoint aus. Das sieht sogar nach Ende aus. Das ist, glaube ich, der Gadget-Trop-Type. Der Gebirge ist jetzt Rabatt für den, den wir niemals einlösen können. Interessiert mich nicht, was er labert. Oh, ich muss das rein... Oh, ich wollte eigentlich, dass das der letzte Stream heute ist. Aber wenn er jetzt so noch kommt, ist eine Karte drinne. Das sollte mich von der anderen Seite kommen. Und bei dir ist noch ein Gestalt hier. Ja. Nett. Wahrscheinlich habe ich überall sonst auch noch Sachen übersehen. Also gehen wir mal zurück. Hier scheint nichts zu sein. Wobei ich aber auch nicht wechseln kann zwischen den Ebenen. Hier scheint nichts zu sein. Hier scheint nichts zu sein. Vielleicht auch nur, wo ich bin. Das ist ein geheimer Weg. Aber es kann natürlich sein, dass da der Boot von... ...den habe ich halt schon. Halt nicht mal irgendwo noch einen Edelstein. Wirklich? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird mir nur angezeigt, auch da, wo ich auch gerade bin. Weil hier auch bei den Orten, wo ich war, fehlt mir irgendwie noch was da. Da komme ich jetzt nicht rein. Also. Brauche ich denn hier Wasser? Oh, da ist noch Level. Oh, nee. Da ist das Beste. Die Rampe und der Kante. Oh Gott. Das ist im Original auch so. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Oh, Moment. Nein. Ich will nicht. Aber ich flüchtig muss. Oh, das gibt auch wieder drei. Oh Gott. Ich denke, nur das erste muss man für die Story nicht schaffen. Ich bin hier wirklich schneller. Ich habe mir das Gefühl. Ist das hier eine Abkürzung? Na doch. Ich glaube, ich bin da dichter geworden. Leute spielen jetzt wieder besser, nachdem ich gerade... Ne, ich bin hier wieder von mir getroffen. Hä? Ich verstehe das nicht. Also war das ein längerer Weg anstatt einer Abkürzung. Sah halt aus wie eine Abkürzung. Aber hier kriegst du halt viel mehr Boost. Aber warum sieht das dann so aus, als soll ich da sein? Ich bin halt auch viel zu weit hinten für alles. Aber ich habe das Rennen, ehrlich gesagt, schon abgeschrieben. Eigentlich willst du immer nur durch die Regen. Eigentlich alles, was du machen willst. Ich glaube, ich glaube, das ist eine Abkürzung. Vielleicht bin ich der erste. Okay, das ist eine Abkürzung. Dann sollte ich den Punkt noch nehmen. Ich finde, das Rennen gerade fast schon angenehmer als das andere. Oh, das war schon das Ziel. Das sind sogar die Roboter, die uns gerade noch angegriffen haben. Ja, mit deutlichem Abstand. Radical! Rennen mache ich nachher. Der Gefühl ist bestimmt noch mal eine Rhino-Karte. Technik kommt vielleicht. Hier nicht? Ne, scheinbar nicht. Soll ich rein in dem Gang nicht? Ah, hier, okay. Ich kann sagen, in dem Gang war doch ein Secret. Jetzt habe ich aber definitiv hier was übersehen. Das hole ich mir nochmal. Hier rechts gleich irgendwo im Ausgang. Ah. Hier nehme ich noch mit. Ich habe jetzt schon wieder 23 davon, weil ich viel zu lange an dieser Scheiße hing. Boah, ich bin geil. Das ist das erste Mal, dass ich Probe, dass die Gegner doch nicht wieder zurückkommen. Guck, richtig hier. Hier irgendwie soll noch eine Karte jetzt sein. Hier hinter? Ja. Okay. Und ein Pool ist hier noch. Am Ende ist das gar nichts zu. Und unten drunter war ein legitimer Versuch. Ich schäme mich für nichts. Nein, also wahrscheinlich doch eher oben drauf. Oder? Ich glaube, ich weiß wo. Da unten. Und das hat mit dem Racetrack zu tun. Weil so darf ich nicht da hin. Okay. Ich wollte ja eh die Rennen nochmal machen. Die anderen beiden. Dann können wir das bestimmt dabei freischalten. Ist ansonsten noch irgendwas hier Interessantes? Nee. Ich bin jetzt schon dran und mein Schiff. Dann, äh. Ich kann da nicht mehr zurück, ne? Kann ich so hier rüber? Oh Gott sei Dank. So, eben jetzt das Taxi nehmen zu dem Typen wieder. Das sieht auch überhaupt nicht dumm aus, wie es hier machen wird. Das Taxi ist hier nicht. Okay. Okay, dann rüsten wir jetzt erstmal Waffen auf. Ähm. Aber was? Aber was? Ist halt die Frage. Scheiße. Der könnte Steine gehen. Ich bin ja im Überlegen. Ich denke jetzt Long Term mal. Da ist das glaube ich gar nicht so schlecht, wenn wir eine Waffe haben, mit der wir das erhöhen können. Explosionen sind größer. Erstmal will ich die Reichweite erhöhen. Ich weiß nicht. Ich will nicht alles da reinballern. Das Schmelz kann man da vielleicht dringend mal upgraden. Ah, jetzt werfe ich mehrere, wenn ihr das richtig gesehen habt. So, dann kann die vielleicht auch mal was machen. Bei die ist halt gerade echt nur ein Witz. Die verpüren sich halt auch schon nicht mehr. Die kreis. Hast du noch irgendwas? Ja, noch zwei Munition. Nehmen wir. Taxi wird mir hier nicht markiert, ne? Nö. Nö, leider nicht. Ähm. Wie komme ich jetzt da wieder hin? Achso, das ist hier, ne? Prüber zu. Das ist einfach hier das Büro. Okay. Dann ist ja noch okay. Und hier kann ich mir jetzt auf der Rennstrecke den Bolt irgendwie holen. Aber wir müssen ihn noch angucken. Und es gibt irgendein Achievement, wenn man so die Rennen in unter einer gewissen Zeit abschließt. Durch mich in ein Gejahr. Ist mir egal. Wenn ich es schaffe, schaffe ich es. Finde ich nicht. Ist das hier, dass man die Tore hier öffnen muss wahrscheinlich? Also hier kriege ich dann eine Abkürzung. Achso, die Abkürzung wahrscheinlich nur offen, wenn ich alle drei Tore fahre. Verstehe. Ja, ne, okay. Versuch was wert. Doch warte, ich muss da raufkommen. Und hier ist dann der Weg. Und da wird auch der Bolt dann sein. Gehe ich da davon aus. Und wie kann ich überhaupt da oben drauf kommen? Das ist jetzt halt die Übermissung. Das habe ich wieder. Das ist mal. Okay, mit Abkürzungen ist das Ganze schon deutlich machbarer. Und wenn man Kisten zerstört, dann auch nochmal. Ja, ich komme halt regelmäßig so in den ersten Platz jetzt durch die Abkürzung. So, so, so. Jetzt habe ich es. Jetzt vorsichtig hier erstmal fahren, weil ich erstmal nur den Bolt haben will. Das Rennen kann ich danach immer nochmal machen. Dann muss ich das vielleicht boosten. Ja. Und da ist er. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Abkürzung, das Rennen kann ich mir sehen. Und, Gusten. Ep, ep, ep. Ja, mit den Abkürzungen ist das easy. Was zum... Lag der und steckt fest. Ich bleibe aber dabei. Das ist... Go, schaffe ich es nochmal? Ne, schaffe ich es nicht. Schaffe ich es nicht. Schaffe ich es nicht. Scheiße. Scheiße. Wie viel wäre ich zurückgesetzt? Ja, bin immer noch erster. Okay, dann... Dann ist er noch machbar. Ich bin noch alles benutzt. Jetzt mal weg. Hallo? Komm mal weg. Jetzt du mal weg. Du Arsch. Wegen dem Arsch. Wegen dem Arsch. Wegen dem Arsch habe ich verlor. Ach Mann, weil ich zu greedy war. Weil ich nur die Abkürzung nehmen wollte. Mann. Da habe ich nochmal dasselbe langweilige Rennen tremer machen. Ja, laber mich nicht voll. Ja. Wir wissen beide, dass ich das nur für die Karte mache, die ich wahrscheinlich am Ende bekomme. Also tun wir mal nicht so, als wäre es was anderes. Müsste ich dann nochmal Tricks machen. Ich glaube, das hilft. Ich muss gucken, wann ich booste. Hier würde ich mir sogar einen aufhüben. Damit ich hier boosten kann. Damit ich die Abkürzung nehmen kann. Wenn ich denke, wenn ich beide Abkürzungen nehme, sollte ich eigentlich gewonnen haben. Nicht hier. Ne, ich brauche hier nicht mehr boosten extra. Das ist gut. Position 6 und Position 1. So schnell kann es gehen. Ich muss mir jetzt einfach einen boosten mal aufheben. Ich weiß, man kann wahrscheinlich auch super einfach angucken, wie du die Rennen fahren musst, damit du die Bestseite da kriegst. Sondern es ist mir immer so scheißegal. Ich weiß nicht, ob mich Videospiele früher interessiert hätten, wo es nur Highscore jagen und Arcade-Dinger, Highscore knacken will. Ich weiß nicht, ob mich das damals gefesselt hätte. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, fast eher nein. Ich habe immer die Ringe gegen uns, aber die Ringe sind mir die Abkürzung frei. So, jetzt muss ich freu sich das ja nicht. Wer weiß. Ach so, ich überrunde die schon. Ich wollte gerade sagen, wieso sind sie schon vor mir? Ich überrunde die. Na gut, dann sollte ich mich vielleicht nicht so sehr verrückt machen. Äh, ich bin zweiter, scheiße. Ich war gerade einen Moment weiter. Dann wiederum war ich auf der Abkürzung Nummer 6. Die Abkürzung ist einfach schwierig zu errechnen, wie die vorne liegt. Und das habe ich jetzt nochmal. Gott, war ich vorne. Gott, war ich ewig weit vorne. Ja, ich glaube, die KI der Gegner ist gleich. Ich denke, der einzige Unterschied wird sein, wenn die Kisten in die fliegen. Oh, oh, jetzt wollen sie es mir sogar schwerer machen. Okay, I like that. Okay, da darf ich nicht... Okay, 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 okay. Hier muss ich jetzt wirklich mal einen Moment aufpassen. Aber wenn ich meine Abkürzung hier nehme, da ist wahrscheinlich nicht wirklich was anders, ne? Dann mache ich mir den Weg sehr viel einfacher. Also, die haben sie mir keinen Scheiß im Weg gesteckt. Schade, fuck. Ich habe den Sprung nicht mehr geschafft. Das müssen wir sie jetzt so machen. Na, fuck. Egal. Hier ist Turbo. Und dann stecke ich da fest wieder. Ah. Die Runde läuft gerade nicht. Noch nicht. Aber jetzt weiß ich ja... Womit ich rechnen muss, Alter, du Wichskind. Schieb der mich einfach da in die Explosionskisten. So. Und dann nachspringen. Den Wuchs nochmal mitnehmen. Fuck. Reicht das noch? Das reicht noch. Tore aktivieren. Und diesmal bitte hier wieder. Ja. Danke schön. Auch wenn ich kurz angeklotzt bin, aber... Reicht. Es reicht. Es reicht noch, um wieder Erster zu werden. Ja, wenn ich jetzt nicht reinscheiße, dann sollte das klappen. Und wenn keine Gegner da sind, die mich da irgendwo reinschutzen, dann sollte das auch einfacher sein. Jetzt machen wir mal den sicheren Weg. Das ist fies, dass die da am Boden sind. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab mir gedacht, der Trick war zu viel. Aber nee, hat noch... War noch Gnade vor Recht. Wurde noch nicht dafür gestraft. Noch nicht. Und hier brauch ich ihn fast schon, weil ich sonst zu hoch bin. Freund geworden. War, glaub ich, in unter zwei Minuten sogar. Gut, das war das davor, glaub ich, auch. Ich glaub, wenn du das Rennen machen willst, solltest du am besten auch den einfachsten Kurs machen. Oder sind hier oft mehr Kisten jetzt generell, die du nehmen kannst? Die Kisten könnten ja auch wieder boosten. Ah, nicht ganz unter zwei Minuten. Nee, 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 nee. Trotzdem. Das war jetzt aber wahrscheinlich eine Reader-Karte, würde ich mal stark vermuten. Äh, naja. Reader, wo... Es gibt einen Reader-Anzug? Es gibt einen Reader-Anzug? Der hat nie neu aus. Wo ist der? Rollverwandt, okay, gut. Ich hab 25 von Duplikate. Und mir fehlt hier noch zwei. Eine kriegt man wahrscheinlich noch fürs Durchspielen. Und ich glaube, eine fehlt mir auf dem Deplanetisator noch. Gott, dann holen wir uns mal... Oh, brauche ich zwei. Ja, brauche ich zwei. Ich brauche noch eins. Okay. Äh, sie ist aus... Ich weiß, sie ist in Cladiators, aber hat sie da ihr Debüt? Erste Unwürfe... Also, die Wahlenwettung Clank 1, okay. Sie ist aber auf jeden Fall auch in Cladiators drin. Da hat sie sogar... Also, ich erinnere mich jetzt nicht, wo sie in 1 war. Dann kriege ich noch mal einen Polz extra. Sie ist Tools of Destruction, okay. Kann ich nicht. Die sagt mir wiederum nichts. Die drei sind so eine Reihenfolge wie Sieke. Die kenne ich sehr gut. Die habe ich mal gehört. Die sehe ich zum ersten Mal. Ich glaube, nicht zum allerersten Mal. Ich habe schon mal Artworks von ihr gesehen und so, aber... Ich sehe sie zum ersten Mal im Grunde. Jetzt sind nur noch die anderen Waffen. Das will ich noch nicht machen. Ich will erst mal die ganzen Pony haben. Dann holen wir uns halt die. So, mehr Holo-Karten. Also, hat es sich schon mal gelohnt. Dann noch das Set. Dann noch das Set. Dann... Ne, die Roboter fehlen mir noch. Und dann habe ich, glaube ich, schon alle, ne? Sonst sehe ich jetzt hier keine mehr. Die ich nicht habe. Ne, mal hier gucken. Spaßes halber. Ne, da fehlt noch mal was. Oh, den Roboter gibt es noch. Da habe ich noch scheinbar gar keine Karte von. Und nach der Phönix nochmal. Interessant. Oh, ich kriege schon 30% mehr Karten und Dings. Und Reader-Karten habe ich schon fast alle. Oder ist die letzte Reader-Karte dafür, dass man die Reader dann bekommt? Das könnte natürlich auch sein. Ja, ne, hier. Oh Gott, wenn man einfach hier irgendwie den Schalter von außen aktivieren könnte, könnte man sich das ganze Level sparen. Jetzt brauche ich, dass ich so schon denke. Ich denke, nein, ich würde es trotzdem lieber spielen folgen. Die alte Stelle hat mich halt echt fertig gemacht. Ich glaube, wegen der werde ich das nächste Mal echt die Disco-Kugel leveln müssen. Habe ich noch. Habe ich noch mal kaufen. So, wir haben den Typen gerettet und die... Ja, ja, Katzen, die kontrolliert mich so sehr. Deplantisator habe ich einer von zwei. Fehlt mir nur noch einen. Mir dürfte dann jetzt auch nur noch dieser eine Bolt fehlen. Was heißt... Warte, wo habe ich den letzten Bolt gerade bekommen? Ach, den habe ich erst auf der Rennstrecke bekommen. Oh, ne, ne, dann kann ich nicht bescheiden. Sonst hätte ich die Stelle mit unendlich Munition machen können, theoretisch. Aber ich habe jetzt unendlich Munition, ne? Just saying. Ah, die will ich eh nicht sehen. Die will ich sowieso nicht sehen. Die Katzen ist eh scheiße. Ah, das kann ich von dir nicht. Das passt so gar nicht nachher. Ich liebe es. Ja, ich habe sieben... Oh Gott. Äh, ich habe sieben Uhr zwanzig von acht. Das heißt, ich könnte theoretisch... Theoretisch könnte ich mir unbegrenzte Munition geben. Da ich aber nicht so schnell eine Feuerrad habe, bringt das hier noch gar nicht so viel. Die hat eh unbegrenzte Munition. Poloverkehrt, die habe ich bekommen. Also, ja, da war ja was. Die brauchst du, glaube ich, auch nur für die Story. Ähm. Der ist halt bei keinem wirklich lustig. Ich bin ganz ehrlich, wo ich es genutzt hätte, wäre jetzt gerade an dieser einen blöden Stelle. Poloverkleidung und... Ah, ich habe hier sogar was übersehen. Da. Kann ich nochmal nachgucken. Da habe ich nochmal übersehen. Da ist der eine Bull, wo ich glaube, dann kam ich noch nicht dran. Und den Teil des Levels haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Wir waren hier. Jetzt kann ich bestimmt mit der Poloverkleidung da rein, ne? Ich glaube, ich kann auch nicht springen. Okay. Ah, hier wahrscheinlich. Warum ist die Tür dann da trotzdem zu? Spiel? Ah, okay. Ach so, das ist ein Laser, der mich instant tötet. Sag das doch einfach. Ich habe mich schon gewohnt, was jetzt in der Cutscene los ist. Ich kann mich spüren nicht. Das klingt doch irgendwie ja gar gut. Ah, ich will es jedes Mal. Aber es sind immer noch so viele verschlossene Türen. Ähm. Okay. Wollte ich nur mal geklärt haben. Hallo. Dankeschön. Gehen wir jetzt ja auch... Gehen wir jetzt einen anderen Weg? Irgendwie? Ich bin gerade unsicher. Gehen wir zurück? Gehen wir einfach nur anders lang. Ne. Ah. Hallo. Ich bin nur ich, der euch kürzen wird. Au. Ja, okay. Das klingt mir instant um. Okay. Ich soll da langschleichen. Ist ja gut. Die sollen mich nicht sehen, wie ich hier rauf springe. Gehe ich halt hier ganz normal lang. Bis ich hier durch bin und danach... Hallo. Mach du mal kurz auf. Ich muss mal auf die Toilette. Wäre das okay? Danke dir. Gut. Wenn ich den... Äh. Wenn ich den blitzen kann, dann ist gut. Aber wie ich das nicht schaffe... War hier nicht der Boot? Ne, hier ist nur noch mal. Hände ich aber auch gerne mit. Ich kann sogar mehr mitnehmen davon. Sollte ob der dagegen hauen. Merke ich gerade. Wo der Boot? Und dann dauert es noch. Da dauert auch noch zwei, drei Räume. Äh. Hallo. Machst du aus? Okay, komm her zu. Hallo. Ich bin derselbe noch. Machst du mal so kurz das Kraftwerk aus? Danke dir. Idiot. Au. Ach komm schon. Ich war doch schon draußen. Ich muss ja da springen. Ob Blödsinn. Los, dreh dich um. Dreh dich um. Danke. Trottel. Hallo. Ich bin's. Ich bin der Quark. Danke. Und jetzt guck mal weg. Sehr schön. Ah, der ist schon Stufe 5. Ach, das ist hier überall. Ach, okay. Okay, ich mach ja schon. Ich geh ja schon so weiter wie das Spiel das will. Darf ich halt nicht meinen Spaß haben? Spaß ist nämlich wieder verboten. Hier ist halt die Spaßpolizei hier. Ihr wollt nicht, dass man hier Spaß hat. Ich darf euch nicht einfach kaputt schießen. Jetzt dreh dich um, Idiot. Ich mach dich jetzt eben wieder so durch. Hallo, der Herr. Wie geht's? Wie steht's? Was macht die Familie hier? Wie geht's? Frau und Kinder. Moin, Kumpel. Mit der Tür kannst du die auch mal aufmachen. Oder so. Jetzt aber. So. Sollte auch keiner mit den Kopp drücken können. Ja, hier waren wir definitiv schon. Das wäre nicht. Dann kann man den Bolt noch gar nicht mit den Besselspiece, weil man ihn gesehen kann. Tür ist zu. Nee, die ist nicht zu. Soll ich mal eine Rolofotage? Hallo. Nein. Hallo, Tür. Hallo. Äh, wo soll ich denn dann jetzt hin? Hier irgendwie dieses Aufkriegen, würde ich mal vermuten. Ah, jetzt kann ich hier lang. Okay. Ich bin hier davor nicht. Das ist definitiv neu. Das war beim letzten Mal noch nicht hier. Daran könnte ich mich erinnern. Äh, wie kann ich... Wie lasse ich mich fallen? L und X. Ah, okay. Früher konntest du einfach runterspringen von der Wand. Aber du könntest ja runterfallen aus. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Captain Quark, der hier rumläuft. Bei mir ist absolut nichts außergewöhnlich. Das klingt halt wirklich wert, was das Quark sagen würde. Ich bin nur Captain Quark. Ich denke nichts an Böse. Ich würde niemals jemanden verraten wollen. Guten Tag, die Herren. Wie geht's denn so? Da, Jeff. Wie was macht dein Fußpilz? Immer noch tödlich. Verstehe. So, ich muss jetzt nur den Schalter decken. Damit die nicht drankommen. Damit können sie mich nämlich instant ausschalten. Das wollen wir ja verhindern nach Möglichkeit. Oh, da kommen aber einige. Aber na gut. Nicht, dass sie einfach nicht mehr in meinen Schalter. Ich glaube, die Wurfsteine waren auch schon mal stärker. Ich denke immer noch, die sind so stark wie in Teil 2. Aber die sind nicht mal ansatzweise so gut. Dann nochmal Killerroboter auf die Blitzen. Aber auch noch Bomben. So, das war's. Ihr nehmt jetzt ihren Platz ein. Ich fähre jetzt meine Roboter. Ich tausche einfach Tracks-Roboter gegen meine aus. Das wird bestimmt niemandem auffallen. Ja, okay, wir kommen noch. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt schon die Dingwold übersehen? Nee, aber der letzte fehlt noch. Warte, mit dem letzten werden wir unverwundbar. Heißt das, diese Laserstrahl-Dinger von oben können uns auch nicht mehr töten? Oder sind die ausgenommen davon? Ich denke fast, die sind ausgenommen davon. Nur ein ganz gewöhnlicher Käpt'n Quark. Hallo, mein Herr. Wie geht es dir so? Guten Tag. Ich habe nur drei Finger. Ich glaube, jeder im Universum außer Wretched. Beziehungsweise die Lombaxe haben nur drei Finger. Das ist, glaube ich, so eine Charaktereigenschaft, die sie den Lombaxen gegeben haben aus irgendwelchen Kunden. Ach, da ist der Schalter, ja. Deine Sorge, Rumpel. Ich kümmere mich um diesen Schalter. Der einzig wahre Käpt'n Quark, der niemals jemand anders sein wird als Käpt'n Quark. Aber bitte auch, gegen mich zu laufen. Das ist sehr unangenehm. Ich habe freundlich gesagt, es soll aufhören. Ich habe keine Wurschtänge mehr. Wir sind halt echt nicht so stark. Weg von meinem Schalter. Weg von meinem Schalter. Mein Schalter. Lässt du das wohl was? Halt, stopp. Es hier hin und nicht weiter. Ich würde es ja gerne probieren, aber nee. Du, erst einmal raus. Nur um sicher zu gehen, falls das nicht klappt. Das ist mein Schalter. Die dürft ihr nur angucken. Nicht anfassen. Nur guck die nicht Krapchi. Nicht Krapchi. Ich habe gesagt, nicht Krapchi. Der da hinten hat es verstanden. Ach, fucky. Irgendwie hat das doch geschafft. Mendo. Nee, äh, das war nicht klar. Brauchst du halt auch nur in dem Level, ne? Das ist schon ein bisschen blöd. Guten Tag, meine Herren. Wo war genau noch meine Schalter? Ach, nach rechts. Keine Sorge. Ich reinige ihn kurz für euch. Braucht ihr euch diese Arbeit nicht machen? Diese unwürdige Arbeit für euch? Großartige Kampfprotz wie euch. Hey, ich bin übrigens Captain Gork. Das wollte ich diesmal nicht auswählen. Ich sollte die noch mal auswählen. Und... Ich weiß nicht, ob das nicht blau ist. Nee, ist es nicht. Los, Ninja-Wurf-Sterne des Todes! Ich brauche mehr Killer-Roboter. Die Kugel ist, glaub ich, auch nicht schlecht. In so einem Fall jetzt. Ich muss ja einen gewissen Bereich einfach nur stecken. Oder... Oder ich mach hier einfach so ein Ding hin. Dann kommen die auch nicht vorbei. Genau, die fangen ja nämlich einfach an zu dancen. Der einzig war, Captain Gork hat wieder den Tag gerettet. Jetzt würde ich hier updance again. Für die Verkleidung eigentlich immer lustig. Wobei, die finde ich nicht so toll, weil man kann nicht mal springen. Ich weiß, damit haben sie Rätsel hier gemacht. Ja, aber... Es gab in Teil 3 so ein Vieh. Das war lustig. Das konnte ich zwar nicht wehren. Wenn ich noch so ein bisschen wehren konnte, ich habe es noch besser gefunden. Aber... Der einzig wahre und unausstehliche, unbegreifliche, unmissverständliche Captain Gork geht jetzt hier weiter. Der einzig wahre Captain Gork weiß nicht, wie er hier rüber kommen soll. Der einzig wahre Captain Gork versteht schon. Der einzig wahre Captain Gork möchte, dass du dich einmal umdrehst. Sofort. Danke. Habe ich alle 3? Theoretisch ja. Praktisch darf ich halt nicht in die Bomben springen. Ich dachte nicht, dass die so gefährlich sind. Der einzig wahre Captain Gork ist zurückgekehrt. Bitte dreh dich erneut um. Der einzig wahre Captain Gork befindet es dir. Dankeschön. Oh, ich sollte mich kurz... Der einzig wahre Captain Gork nutzt nur einen Fuß, um aufzutreten. Er braucht er nämlich nicht. Dreh dich um, du Arsch. Danke. Boah, ich bringe fast wieder an die Bombe. Guten Tag. Der einzig wahre Captain Gork bittet dich sofort, diesen Knopf nicht zu drücken. Und sich stattdessen umzudrehen, das Kraftwerk zu deaktivieren. Vielen herzlichen Dank. Das war ich nicht. Das war ich sogar wirklich nicht diesmal. Auslandsweise stimmt das sogar. Gut. Ich habe den Bolt übersehen. Dann wiederum ist es leicht besser, wenn ich das erstmal so gemacht habe. Ich habe den Bolt hier in dem Raum ja sogar schon mal gesehen. Aber in der Fall habe ich es vergessen einfach nicht. Da eben nochmal Nanotech. Da ist nochmal Nanotech, aber nochmal brauche ich nicht. Da ist eine schwebende Plattform jetzt. Ach, da ist hier eine Leiter auf einmal. Und ich habe immer Munition. Die nehme ich nochmal mit. Möchte ich die mitnehmen? Ah, wollte ich gerade sagen. Races, was wollte ich nicht haben. Munition ist zum Glück immer genau das, was mir gerade fehlt. Das hat einen Zufall, ne? Verrückt. Diese Zufälle. Da ich den Bolt, den den will ich haben. Damit werde ich mich nämlich unverwundbar machen können. Das war so klar. Das war so klar. Gleich bin ich unverwundbar. Und dann feile ich. Katastrophal. Dann warte ich halt etwas länger. Fahr nochmal in aller Ruhe drüber. Ja, den Sprung nehme ich noch. Ja, mach es noch weiter. Ich kann immer noch durch diese kleine Spalte wahrscheinlich durchfallen. So, dann warten wir jetzt. Warten. Und da ist der letzte. Oder kriegen wir da für eine Gliederkarte vielleicht? Ne, scheinbar nicht. Na gut. Kommt jetzt nochmal so ein Captain Quark korrekt? Ich würde es echt gerne ausprobieren, ob der nun meine Unverwundbarkeit zählt. Wahrscheinlich ja. Ja, Moment. Dann möchte ich das ausprobieren. Ähm. Gibt es unbesiegbarkeit? Ach, unbesiegbar, nicht unverwundbar. Ich kann also Damage nehmen, theoretisch. Guten Tag. Ach, Mann. Ich habe es mir aber schon gedacht. Du kannst halt nur keinen Waffenschaden nehmen. Okay. Etwas ärgerlich. Aber na gut. Haben wir wieder aus. Das ist es mir sonst zu lame. Guten Tag. Kann ich ihm rüberwinken? Möchtest du das einmal bitte aus? Ich bitte dich drum. Weil ich nicht weiß, wie ich sonst... Kann ich als Quark hier... Aber ich kann sogar als Quark hier rüberlaufen. Interessant. Aber ich darf halt nicht springen. Ja, es ist halt... Früher konntest du ja auch nicht springen. Gut, da haben sie auch nicht solche Spielchen wie mir in den Laserstreien hier gemacht. Aber... Das ist sehr aufwendig für den Weg. Ihr könntet doch einfach eine Brücke da bauen. Just saying. Der einzig wahre Captain Quark möchte nur ein paar Vorschläge konstruktiv einbringen. Ich würde ihn jetzt so gerne runter treten. Ich war halt nicht getreten. Ich hätte es auch gerne als Quark gemacht. Das ist ja noch irgendetwas, was ich mir unbedingt holen will. Gehen wir jetzt auch dem letzten Boss auch zu. Ich kann mir vorstellen... Die könnte ich wahrscheinlich gebrauchen. Munition oder schneller? Auch schneller zugehen. Ich würde eher Munitionen leveln wollen. Und... Du bist schon voll? Naja, wahrscheinlich nicht. Die Shotgun hat die noch was. Mehr Munition und hier das andere... Ah, an einem schaltert es jetzt. Ne, warte, die habe ich auch noch nicht. Sollte die Shotgun vielleicht noch ein bisschen machen. Die ist nämlich gegen Bosse ganz nützlich. Gehen aus Ende zu. Ich habe hier Charitarium übersehen. Und ich habe hier eine Karte übersehen. Ich glaube, da geht es gleich noch hin. Weil ich meine, in dem Gebiet war ich noch gar nicht. Deswegen würde ich gerade noch einmal zugegeben. Und dann verwandle ich mich einmal wieder. Und da ich die Dinger gerade gefunden habe, brüste ich jetzt doch nochmal meine Shotgun damit auf. Und das nächste geht dann auch dahin. Guten Tag, meine Herren. Willkommen auf Drex-Raumschiff. Wie geht es Ihnen heute so? Wie lieb der letzte Ölwechsel, Henry? Ah, interessant. Äußerst interessant. Ihr habt doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich hier ein paar meiner Killerroboter zum Spielen raussetze. Die spielen so gerne auf Raumschiffen. Ähm, ja, der ist schon nach Stufe 5. Ne, mir lebt, der ist ja auch wieder frei. Das ist noch. Ja, gut. Ja, und damit ist er auch schon Stufe 4. Da ist noch weiter und ich darf ihn auch nicht mehr nutzen. Also ich darf ihn nicht mehr nutzen. Ich kann ja jede Waffe jederzeit nutzen. So will ich halt lieber die leveln, die halt weniger stark sind, um halt mehr Stärke Waffen zu haben. Und halt auch ein bisschen Variationen und so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch drücken könnt, aber ihr rennt halt ziemlich stark darauf zu. Nur, sicherheitshalber sollte ich nicht davon ausgehen, dass ihr es auch nicht drücken könnt. Ah, da ist noch einer. Ah, da sind sogar noch zwei. Sehr gut, ich habe nämlich noch Munition übrig. Da habe ich noch mal so einen Killer, Herr Killer Roboter. Wiegt jetzt einfach da hin. Hallo Sir, können Sie sich gefälligst im normalen Weg gehen, wie alle anderen hier auch? Darf ja wohl wissen. Frechheit, wiegt der einfach hier hin? Können natürlich immer noch eine Disco-Google setzen, nur zu. Das ist nicht nötig. Keiner mehr? Doch, 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 doch. Okay, dann haben Sie es uns umsonst können. Okay. Dann zeig mal. Da! Komm doch nicht so nah rein. Personal Space und so. Jetzt fehlt mir nur die Schmelzgranate, wenn man das lieber hier angeht. Das war eh der letzte, sehr schön. Das war eh der letzte, sehr schön. Wenn ich den Bots richtig in Erinnerung habe, wahrscheinlich nicht, weil der zu klein ist, um ihn großartig da wegzusnipern. Ja, ich muss erst mal den drei, vier machen. Äh, ja. So oder so. Ich würde jetzt instinktiv mal so vermuten. Du. Kriegst du mir so wirklich was? Und du. Du machst die anderen dafür weg. Das ist blöd. So sind die aber nötig. Eigentlich sollte man das ja von innen anfangen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Äh, wo krieg ich den nicht aktiviert? Das krieg ich den gar nicht mehr aktiviert, weil hier einer im Weg ist. Weil der hier im Weg ist. Äh. Oh, hört mich auch noch denken. Oh, die krieg bei dem Spiel irgendwie immer Kopfschmerzen. Ich verstehe auch nicht warum. Ja. Boah, ich kann echt nicht sagen, warum ich bei dem Spiel Kopfschmerzen kriege. Ähm. Ich mach dann erst mal alles aus. Und zwei. Gut, den könnte ich jetzt überall platzieren. Dann. Das ist der nächste Ring. Den könnte ich, damit er zwei platziert, nur hier. Oder da. Hier blockiert er nichts. Hier blockiert er eins. Dann muss er ja hier hin. Dann sollte der schon mal ziemlich safe sein. Dann, den kann ich hier nicht hin. Dann blockiert er. Dann muss er hier hin. Dann blockiert er nicht. So, jetzt ist noch die Frage, wie... So, hier unten ist alles blockiert. Ah, der blockiert aber auch schon. Blockiert der doch. Verdammt. Wie ist Treon? Wenn du blockiert der. Dann muss ich den ausmachen. Dann ist der falsch. Dann so wahrscheinlich. Und wenn ich dich jetzt noch trinken kann. So. Ah. Mist. Ganz knapp. Ich kann den in der Mitte nochmal anmachen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist potenziell auch das letzte Rätsel. dieser Art. Von daher darf es ruhig auch mal schwerer sein. Also, wir haben vier Dinge. Wir haben allerdings sechs Punkte. Das heißt, zwei sind schon mal für die Katz. Und da wir auf der Ebene einen haben, auf der Ebene zwei und auf der zwei. Vermutlich mal, dass jeweils einer von denen für die Katz sein könnte sogar. Drehen wir die mal so, dass sie nichts blockieren. Da blockierst du nichts, aber du kannst trotzdem einen aktivieren. Du darfst auch nichts blockieren. Das wäre so. Und du aktivierst trotzdem einen. Nee, du blockierst, äh, fliegst in den anderen. So rum, äh. Äh, kannst du dich anders nochmal hinstellen? Ähm, so. Ja, das gefällt mir schon besser. Allerdings blockierst du dir trotzdem. Kann ich den anders machen. Äh, äh. Aber ich würde gerne nochmal alles zurücksetzen. Ähm, okay. Der kann ja überall hin. Quasi. Der hier. So. Und so. Aber so. So blockiert der nichts. Der hat keine Blockaden da. Und so. Äh, im Moment, so ist falsch. Wieso? So blockiert der an sich auch nichts. Also den halt. Aber kann ich den anders irgendwie? Oder das ist einfach die ganze Ebene, die ich nicht brauche. Das kann natürlich auch sein. Okay, den darf ich so nicht haben. Der blockiert. Ich den über der andere. So. Tun wir mal so, als ist der raus. Und könnte es passen. Okay, wo ich den herstelle, der blockiert auch irgendwie. Wie, das ist auch blöd mit dem. Die beiden. Ah, jetzt noch den. Das ist unten der nämlich. Scheiße. Warte. Kann ich doch die vielleicht tauschen. Der kann ja blockieren. Und den da. Der wird ja auch blockiert von dem anderen. Dann gehst du halt nicht auf den. Dann gehst du auch auf den. Nee, das ist auch blöd. So. Ich kann nicht drehen, wenn wir das einer. Ach. Okay. Wenn ich jetzt den einfach. Ich kann den jetzt einfach so ein bisschen drehen. Das klappt. Ah, perfekt. 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 Und war das schon das Letzte? Müsste ich jetzt eigentlich ein Notiv mitbekommen. Nee, scheinbar noch nicht. Oder es kommt hinten nochmal eins. Das kann natürlich sein. Jetzt irgendwas tolles, super geiles gemacht oder so. Jetzt soll ich mich da hinbegeben. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt mir Katze. Da fehlt Kontext. Das kommt auch von, wenn sie halt alles durch Labern erklären wollen. Das eine Mal, wo es dann wirklich nötig gewesen wäre, höre ich nicht zu. Und ich hole mir die kurz noch mal als Unterstützung dazu. Ich hoffe, ich kriege damit nur auf die Schnauze, wenn ich die Sniper wirklich im Kampf einsetzen will. Die willst du nur einsetzen, wenn du wirklich ein Vorteil bist. Welche der Gegner noch nicht gesehen hat oder nicht rankommt. Ja, ich habe nochmal zwei. Dann, was wollte ich machen? Wollte ich dich? Nee. Ich glaube, ich wollte den machen, ne? Genau. Sehr schön. Und dann nochmal Reichweite und Munition. Munition. Aua. Ach, ich habe keine Dings mehr. Dann. Er lebt noch. Willst du mich verarschen? So. Und gleich wieder Revolution. Sehr schön. Ups. Genau deswegen hat man das ein ganzer verbratetes Gerät. Aber naja, das habe ich ja schon oft genug angemerkt. Jetzt sind hier auch die ganzen Bomben, die da gerade noch waren, weg. Äh. Nachdem ich mich nicht entdeckt. Soll ich es mal im Vorteil nutzen? Okay, den habe ich gequittet, scheinbar. Oder auch nicht. Das ist mir nur bei einer Handy. Dann würde ich auch den gehen. Und dann habe ich den nochmal feiern. Egal, ich habe einen Nanotech gelegt. Warte nur noch damit, damit die auch mehr heilt. Aua, jetzt sollte ich sie nehmen. Die brauchen auch nicht. Sonst holen sie euch auch nochmal Level abzappeln. Ah, sehr schön. Das ist auch... Was? Also wenn ich hier jetzt in dem Modus bin, läuft sie in Zeitlupe oder was? Die Waffe ist halt einfach besser geworden, Punkt. Mehr brauche ich glaube ich auch nicht zu wissen. Ja, Killerroboter, helft mir. Eilt mir zu eurer Unterstützung. Opfert euch für mich. Opfert euch für euren Herren und Meister. Ja, ich habe keine mehr. Okay. Schon verstanden. Ich habe einen davon. Oh Gott. Warum setze ich den ein? Warum nehme ich nicht eine Waffe, die sehe ich noch mehr. Da hinten wäre noch. In der Hand, ob ich das richtig sehe. Ich brauche jetzt mal Unterstützung von den besseren Waffen. Nein. Nein. Zurkon Junior. Zurkon. Zurkon. Zurkon war richtig. Nehmen wir die Granate. Nein. Dann würde ich mich mitnehmen. Ach, jetzt noch mal mehr. Ähm. Also, Dancemove ist schon voll. Und die Granate. Du bist immer noch Level 3, das ist doch... Ist überhaupt noch irgendwas sonst Level 3? Nee. Du bist noch Level 2, ja gut, aber du zählst nicht so wirklich. Ihr seid noch Level 3, ihr seid aber kurz davor. Gut, du auch. Jetzt wäre ich eh wieder hier, ne? Jetzt hätte ich eigentlich hier den Bolt abholen können. Na ja, egal. Äh, wo muss ich lange? Ah, da, 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 da. Ihr mich erschrocken. Ihr kriegt viele Roboter, nur für euch. Und die Rüge noch anfangs gerne. Aber ich weiß nicht, ich möchte irgendwie die aus 2 mehr. Die muss man zwar stehen bleiben, aber die haben dafür auch Damage gemacht. Das ist nicht zu knapp. Und da ist noch mal einer der Feuermacht. Und da ist nochmal einer der Feuermacht. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht auswählen dafür. Ähm... Das funktioniert besser als ich gedacht hätte. Mein Gegner ist nur ein einzelner Gegner. Und es kostet mich fast 2 Fronten, ihn allein zu töten. Aber... Das hat funktioniert. Der Erfolg gibt mir recht. Ich glaube, der trifft mich jetzt gleich, nämlich. Ja, der hat mich getroffen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Egal, wir bleiben bei dem Schafging. Ich mag den. Ich weiß, dass er schon erwähnt. Ja. Egal. Radian Nano-Tex ist gekommen. Und sonst rechnen wir ihn wieder. Ich kann die Schafe zum Explodieren bringen. Ah, okay. Das ist neu, meines Wissens. Hm, das ist für mich neu. Ich werde noch nie schlafen. Boah, das wird aber eine schwere Geburt. Aber ich glaube, ich schaffe es. Ah, sehr schön. Ah, Gott. Ich glaube nicht, dass die Waffe dafür überhaupt gedacht ist. Dass ich es gegen so kleinen Scheißgegner gedacht habe. Der Erfolg gibt mir recht. Ähm, wie viel haben wir denn hier? Die Waffe. Geht auch hier noch ein bisschen, ne? Aua. Okay, der hat mich schon in ihm gesehen. Gut. Dann fährt er zurück. Okay, das ist nicht zu knapp. Dann kann ich den Komponationskisten nebenbei öffnen. Und ich werfe noch mal eine Kugel dahin. Ähm, so einer. Nur um ihn hier am Boden abzuheilen. Und bei, hier geht auch gegen die Fliegenden, die Flüge. War ja was. Was ist hier? War hier überhaupt irgendwas? Hier war ein Boulder, den habe ich schon. Und, naja. Das ist eigentlich das Maximum. Jetzt geht es schon mal noch weiter. Von daher würde ich mal 200 vermuten. Oder 150. Das könnte es auch sein. Da habe ich noch irgendwas gegen dich. Scharp nochmal. Ich weiß, aber ein bisschen riskant. Rumpen. Die Spiel unriskanter ist so scharp, aber... Dann kriegen wir die vielleicht auch noch Level 5 vorm Finale, wenn hier noch ein bisschen was kommt. Aua. Aua. Bei der Duhal, die hier weiß ich gerade nicht, wo die sind. Das ist die Granatwärmung ganz hinten wieder, ne? Die Art. Hier lege ich mich jetzt so an. Ich kann Bock mehr auf dich haben. Oh. Oh, oh, oh. Wie lange ist das so? Das wird potenziell gefährlich werden können. Ich würde kann ja nur Granaten geworfen. Ich kann nicht, welche haben noch zu sehen. Ich habe nämlich nicht so viel davon. Dasselbe gilt auch schon wie auf die Wurfbeer. Aber... Aua. So. Haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Da geht es gleich noch weiter. Ah, nee. Das sieht nicht so gut aus. Danke. Das wird gleich los. Kann ich hier was? Wir müssen die Munition mitnehmen. Danke. Ich kriege keine Idee mehr. Nee, das wäre nicht 100, doch das Maximum zu sein. Dann werfen wir den schon mal ein paar Killerroboter dahin. Versuchen uns den Heal zu verstecken. Oh Gott. Oh Gott, nicht du, nicht du, nicht du. Ähm, der ist voll, der ist voll. Müsste den nehmen, aber der hat nur 12 Schuss. Deswegen... Hat die Raketen fliegen sich nochmal auf? Das machen die. Ist neu. Wie zum Fick lebst du immer noch? Wie viel Leben hat das Ding? Okay, nicht mehr fliegen. Ich brauche da meinen Brennerkratten mehr als... Fuck, das ist mein Wurstfern. Geh weg. Jetzt sind da hinten. Geh mal auf die Ballern. Die sind so weit weg. Nee, ich bin dran. Nicht nur da selbst. Nee, nicht wirklich. Nee, krieg da noch E.P. Dann... Oh Gott, mir knüpft sich da jetzt auch noch die Wand. Sehr schön. Mach mal jetzt so, genau. Ich krieg nochmal kurz und verwundbar, während ich die Karte aufhebe. Okay, ich hoffe, den kriegen wir so einfach kaputt da durch. Ja gut, klar. Aua! Okay. Deine Wandflitch-Taktik hat mich reingeliegt, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, er ist unangreifbar jetzt, aber... Die waren es die letzten beiden Gegner von dem Bereich, ne? Äh... Äh... Ich bin schon hier richtig. Ich bin schon hier. Aber war die Tönig-Karte auch? Ach so, nee, ich bin hier... Ah, so ist die hier. Okay. Ähm... Ja, so Skiller-Roboter... Gott, ihr findet die echt nicht, ne? Ich werde echt blind auf beiden Augen. Ich bin eigentlich... Da war... Äh... Da war ich die Hammer, du bist. ich will zu sehr ganz blazing gerade wieder rein kriege ich eigentlich jedes Mal mehr Zeug noch mal, als mehr Musik, als ich vorher hatte wenn ich meine behalte, aber die IP bekomme, bin ich trotzdem das sieht halt irgendwie so aus, als würde ich treffen oder das macht einfach nur kein Damage glaube ich den zu weit weg ne, scheinbar entweder ist die Sniper sehr sehr viel stärker oder das Ding hat einfach so viel, dass ich da von denen reinballern muss so ist meine ganzen Wurfsterne weil ich die jetzt nicht mal so heftig ansehen würde ach die Kugel kann ja auch fliegen getrennt, daran denke ich nie dass die Kugel auch, ich denke die macht nur Bodengegner aber wenn die ja auch fliegen noch fliegen kann, ist das ja sehr gut da hinten noch mal eine hin und die schon mal auszuschalten und dann ich nochmal erst im Case die nicht mal in Ruhe lassen greift noch irgendwer irgendwas an? wenn es in der Nähe ist, sollte es ja jetzt tanzen nur die in der Nähe sind ja meist nicht das Problem sondern eher die, die von hinten einfach kommen und mich töten hier kann ich mich zurück was wollen wir denn noch aufrüsten? die Kreisdinger würde ich sagen müssten eigentlich mal mehr Munition oder ist es schneller schießen ne? ich würde halt eher lieber mehr Damage machen wollen mit denen hier unten ist noch irgendwas, nehmen wir jetzt mal das ach ok, vielleicht sind sie jetzt auch erst stark so sie aufgeteilt sind, ach komm, den ganzen Rest kriegt er auch mal schießt er halt auch mal schnell, dann ist die Waffe jetzt auch mal was zu gebrauchen ist das jetzt hier zurück? oder? ich glaube damit kann ich jetzt zurückgehen, weil jetzt hier das Finale ansteht hallo das Finale habe ich glaube ich aus mehreren Bosskämpfen es müssten noch zwei Bosskämpfe kommen, mindestens an die ich mich noch erinnere einer im Flug und einer hier, nicht im Flug ah ok, das ist das letzte Rätsel, also ich machen muss von der Art so nicht, weil dann blockiert es, so kann ich es aber machen was ist mit euch? vielleicht kann ich da hin machen, das sollte nichts blockieren was kann ich da hin ah du blockierst da, verstehe das sieht aber schon sehr gut aus und wenn ich jetzt das blockiere so, war jetzt nicht so schwer und jetzt habe ich das Ertiefment das ist jetzt eine Filmsequenz, das ist eine Filmsequenz ah, Moment, ich skippe zu einfach da interessiert eh keinen genau, das ist der eine Kampf an den ich mich noch erinnere ich habe noch gar nichts gemacht, der verliert schon 2% ähm, ich habe mich in Wien an den Schwiedel gewerfen äh, Bomben manchmal viel du bist nicht Paus aus Mario 64 mach keine Schockwellen schäm dich dass das immer alle machen müssen ich würde ihn gerne zum Schafen machen, aber das geht bei Bossen nicht ich will noch 2 Waffen, die Rieder und wahrscheinlich noch irgendeine dann nehmen wir jetzt aber die Flughofssterne sehen die, dass er die Druckwelle machen will Alter, nimmt der Damage da durch achso, der wird für Bombe, die die Druckwelle macht, okay ich glaube, er hat unsere Waffe, ne das ist der Brenner, den er da einsetzt und das ist dann ansonsten noch für Bombe weil meine Bombe keine Druckwelle macht achso er hat jetzt eine Disco-Kugel, genau da muss ich glaube ich an ihn dran kommen, oder so, in den ganzen Gleifen der Ausweichen, weiß ich es nicht was soll ich denn da machen? ja, ich will ja rüberspringen, aber ich will ihn auch achso, ich muss die Disco-Kugel selber kaputt machen, okay im Film war das anders im Film hat Wäsche, glaube ich, einfach weitergemacht ist das der Paketenwerfer? das ist das, die Rieder bei den Gladiators macht ach, Gott, okay, er hat mich erwischt ja, aber der ist nicht so, der ist nicht hart da hatten wir schon ganz andere Kaliber soll ich mal hart machen? ich kriege vielleicht auch noch ein bisschen zu zurück ah, jetzt fangen wir mal am Ende rein erstmal die Wurfsterne und jetzt sind die auch schon levelt ich glaube, die sind sehr gut gegen ihn naja, die nicht die fliegenden Roboter sind besser als die nicht am Boden ich kriege das mit der Bombe nicht beteiligt ah, die ist mal kaputt ähm, wer hat es ja gibt es hier einen Anruf? äh, da ist von welche okay, die Sterne leben immer auch ganz schön auseinander guck mir ja fast, nee, ist das gar kein Auseinander da konnte ich nicht mal was machen was soll der, hallo? check fest was war das denn jetzt für eine Scheiße? was war das denn für eine Scheiße? ich bringe halt mal Krippen rein Gott, kann der mal aufhören, meine Roboter die ganze Zeit her zu feuern? weil da halt die ganze Zeit drauf und du, dass ich so feu... oh, ich hab's noch gewonnen ups, ging jetzt doch ein bisschen schneller als ich gedacht hätte ich hab's schon gewonnen er hat nur noch 1% ich muss das nur noch zerstören welche Karte ist das jetzt? ich muss noch angucken oh, das ist die nächste Rieder und ich glaube, damit haben wir alle Karten, ne? die fehlt noch, okay welch ist das? Nexus äh... Gladiatus ist scheinbar nicht drinnen, ne? schade was war der andere Typie? äh... du sagst mir auch nix ach so, ist ja auch Tools of Destruction, oder? ja, beide sind Tools of Destruction ja, aber ich weiß nicht, hab ich nicht bespielt ah, das ist schon wieder für eine Sequenz was soll das denn? ich hab mal diese blöden Filmsequenzen wird doch keiner sehen oh oh, es gibt doch noch was daran erinnere ich mich nicht mir fällt gerade was ein, ich kann mich unverwundbar machen, ne? da hab ich ganz vergessen ach so okay, okay, Gnade vor Recht will ich hier wechseln, oder will ich hier nicht wechseln? es ist so still, weil du davon ausgehst, dass du die Gespräche hörst Gott ist das dämlich als ob ich mir da noch zuhören würde ab dem Zeitpunkt ich hab euch schon am ersten Level nicht mehr zugehört ja gut, bis jetzt ist es aber nicht schwer bis lange fühlt sich das auch sehr stark das spielbarer Cut-Ziel an weil das das Cryden an sich ja schon irgendwie ist da war doch so ein Ding, ich war mir nicht sicher ich hab's nämlich nicht gesehen das ist jetzt auch wieder eine Filmsequenz, ne? ne, das ist eine Spielsequenz ja gut, das ist der Boss, an den ich mich erinnert hab hab ich einfach die Quint Passagen vergessen hihihi 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 oh Gott ich würde die da gerne zum Schaf machen aber das passiert im Film, ne? das passiert ja am Ende vom Film also nur noch die Bombe habe ich auf der Seite und hier noch die Roboter und das Schafding. Das sind halt nur so kleine Gegner-Scheiß-Dreck da. Und das ist der Flugboss-Kampf. Äh. Sollte ich gleich auch fliegen. Warum habe ich eigentlich gleich den harten Geschenk raus? Eigentlich nicht so schlau, ne? Egal. Dann fahren wir jetzt einfach Unmenge von den Sternen raus. Die nehmen ihn, glaube ich. Ich glaube, die nehmen Bosse hart auseinander. Das kann ich mir gut vorstellen. Gehe ich jetzt vom Plattform zur Plattform oder will ich hier eigentlich im Auto-Stelle bleiben? Ach, er absorbiert Sonnenlicht und damit haltet er sich wieder auf. Okay. Wenn das Spaß macht. Ich kaufe ihm halt einfach weitere Damage rein. Warte. Warte. Das muss ich probieren. Ähm. Neh, will ich fortfahren. Oh, er hat meine Plattform kaputt gemacht. Die brauche ich doch noch. Mano, nehm ich mal die neue. Er ist sogar Nanotech. Ja, ich nehme jetzt auch gleich die guten Wachen. Den Boss kommt mal. Gubdi-gubdi-gubdi-gubdi. Hat er ja jetzt nicht. Ähm, da habe ich keine mehr. Neh, das wird der Sniper nicht so einfach. Ist halt dafür sowas nicht gedacht. Aua. Er nimmt aber nicht so viel Damage, merke ich gerade. Ich wollte die nochmal aktivieren. Dann kommt noch kurz darauf, dass die Facesur. Ist da hinten nochmal Nanotech? Ich sehe da Nanotech. Die will ich haben. Ich bin nur kurz hier, um Nanotech zu klauen. Gleich wieder weg. Ah, die Kugeln machen ihm auch Damage. Sehr schön. Dann machen wir doch ein paar Kugeln hier hin. Hier werden die Roboter los. Und er bekommt Damage. Das Ganze zu selbst. Oh, ich habe wieder Paketen. Heißt Paketen? Heißt Paketen. Ähm. Und Wurfstern auch. Sehr gut. Hä, da hat er schon. Hä, da haben wir schon. Jetzt habe ich schon wieder keine Muni mehr. Aua, 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 au. Irgendwo bin ich gerade festgesteckt und das hat mich wieder getötet. Na gut. Ich muss mal die Spielerroboter hier raus bauen. Weiß ich mal. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die machen gegen ihn nicht. Das ist krass. Ähm. Vielleicht habe ich draußen. Dann nehme ich erst mal die Waffen, mit denen es schlechter ist. Zu zählen. Der Brenner ist, glaube ich, optimal für ihn. Genau deswegen hebe ich mir den auf. Oh, er hat jetzt schon 80% genommen. Das hat er vorher, glaube ich, noch nicht. Ähm. Den hebe ich mir auf. Guck mal, die. Ich weiß eigentlich jetzt egal, ob ich dich gerne über den Brenner einsetze, ne? Das ist quasi egal. Er macht immer 10% Staden. 10% Staden. Aber ich kann ja noch labbeln. Vielleicht macht er dann nochmal mehr oder weniger. Ich weiß halt nicht, ob ich das aufhalten kann. Scheinbar ja. Ich würde ihn jetzt so ganz in den Schlaf machen. Oh, warte, warte. Wir legen jetzt hier Roboter. Oh, ey. Die Kugels haben schon lange noch funktioniert. Sehr schön. Dann machen wir davon gleich noch welche hier hin. Wir machen das jetzt nicht selber. Wir lassen jetzt alle das andere angreifen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Dann macht das für uns nämlich die Arbeit. Dann soll die Rackete jetzt nicht feuern. Das ist ein bisschen krank. So, die Kugel und die kleinen Roboter. Und dann können wir immer noch auf ihn feuern. Und dann kriegt er von mehreren Sachen Damage gleichzeitig, weil er da halt möglichst gerade liegt. Ich glaube, ich bin schon wieder weg. Ich will erst mal, dass die Kugel und die Roboter da ausschalten. Dann kann ich mich nämlich um Nefarius kümmern. Alleine ist er nämlich kein Problem. Dann mal Raketenwerfer. Mehr Raketen. Heißt mehr Raketen. Heißt mehr Raketen. Warum kommt jetzt die Meldung? So stelle ich da drauf. Bin ich blusstäblich noch für 70% HAP-80. Das ist von alle. Zwei habe ich noch davon. Dann nehmen wir die jetzt mal rein. Ich kriege vielleicht mehr davon wieder. Und irgendwas habe ich gerade wieder 70 Schaden genommen. Die soll ich aktivieren. Hier ist nichts mehr wirklich, was ich brauche. Die bringt mir nicht zu viel. Kann ich ihn updancen lassen? Das wollte ich observieren. Ich glaube nicht. Ne, ne, Magma-Brenner. Ne, Magma-Brenner, ja. Doch, er ist am Dancen. Oder? Ne, ne, er absorbiert wieder Sonnenenergie. Dann sollte ich vielleicht wieder das hier vorbereiten, wenn er gleich dahin wieder fliegt. Genau. Und habe ich noch... Ich habe noch nicht in dem Wellen mehr. Ähm... Klammwerfer. Klammwerfer. Den kann ich den nämlich auch mal nutzen. Jetzt mache ich die Plattform wieder kaputt. Das soll mir recht sein. Und kriege ich jetzt die da vorne wieder weg. Äh, was habe ich... Ah! Lass mich die doch abdancen. Genau, jetzt stören die mich nämlich nicht mehr. Jetzt kann ich sie für meine Ruhe ausschalten. Scharf ist zu blöd gegen die Feuer. Granatengrechner. Die sind gerade sogar wirklich halbwegs nützlich. Äh, wollten wir so sehen. Ich glaube, den Brenner bräuchte ich wieder dafür. Aua, aua. Das macht er da jetzt. Kann ich die kaputt machen? Okay, dann. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin tot, ne? Das kostet mich jetzt alles. Ich kann nichts machen. Ich kann meinen... ...unschladen. Kann ich... Sterbe ich, wenn ich runter... Ja. Ich habe nicht auf meine Energie geguckt. Ganz ehrlich. Ich habe nicht drauf geguckt. Das war mein Fehler. Ähm. Ne, die Kugeln heben wir uns auf. Erstmal die. Die neuen Ballern. Machen wir die. Die hat hier. Ich habe schon nur 60 Prozent, weil ich mich so auch treffen lassen von ihm. Gott, das ist kein guter. Ich glaube, ich sollte nicht mit der Schockland anfangen. Ne, komm, vergeht. Bring mich um. Das hat keinen Stack. Jetzt... Ne, 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 ne. Das war ein schrecklicher Anfang. Das war nicht gut. Das machen wir so nicht. Nehmen wir die Raketen. Und... Die Kugeln. Naja, die Bob ist nicht gut gegen dich. So, gerne. Und... ...meine Robber da wieder. Ich treffe mir den, glaube ich, gerade gar nicht, ne? Sollte ich gleich dann nicht machen, ob er dann doch wieder nehmen. Das heißt, wir kommen schon auf die Plattform zurück. Lala, da kann man mir entgegen. Dann kann ich zwei Kugeln hier hinlegen, schnell. Die Killerroboter hinstellen. Das wird natürlich auch noch stärker werden. Ja, das war, glaube ich, jetzt genug Killerroboter. Explodieren die noch? Machen die eben noch Schaden, wenn sie jetzt explodiert sind? Ich hoffe, ja. Ich glaube, ich treffe mir den schon wieder nicht. Der Drittel, dann will ich die nochmal ein, zwei Kugeln haben. Und updaten, dass ich das sicherheitshalber mache. Das werden die nicht unbedingt wirklich nicht. Und eventuell kommt Nefarius auch in die Dance-Zone. Gerade aber scheinbar nicht. Ist die Dance-Zone noch offen? Die ist halt gar nicht. Aua. Ich glaube, es ist zu weit weg. Es ist zu weit weg, um ihn zu treffen. Oh, ich hatte nur noch 80%. Muss ich gerade mal wieder tanken. Ja. Ja, man darf sich halt nicht so doof anstellen, wie ich es gemacht habe. Dann ist er, er ist es, glaube ich, nicht so schwer. Quark ist noch einfacher. Quark ist ein Witz. Wobei das eigentlich auch passt. Ähm, Moment. Ich weiß nicht, ob er sich auch sowieso von selber selber überlegt, ob ich da wirklich noch Einfluss drauf habe. Aber just in case sollte ich auf jeden Fall das machen. Hier daraus holen. Abschließen. Und jetzt zusammenwerfen oder so. Und mich vielleicht schon mal vorher aufs Platz, aufs Platz im Training. Genau, das habe ich nämlich voll. Und dann kann ich jetzt aufhauen. So, da hinten. Eine Kugel habe ich noch. Eine Disco-Kugel werfen wir auch noch hin. Also, wenn ich jetzt noch was hätte, was ein Fahler ist, noch kurz Stopp, wenn er da noch oben ist. Ich fand den Quark-Boss-Kampf irgendwie cooler, weil der unsere eigenen Waffen nochmal benutzt. Deine sind ähnlich, aber sind halt nicht bedenklich genug. Ich habe wieder, ich habe wieder Treibstoff, okay. Andere Munition machen mir weniger Gedanken. Eher Treibstoff. Fragst du, dass ich Sorge habe? Also, 25% hat er noch. Nochmal vier Paketen. Die man reinhauen kann. Jetzt wird es auch schon langsam wieder knapp. Den helfe ich mir auf. Die muss ich zu nah dran. Da wird es knapp. Äh, die snipen. Ich habe zu gut versuchten langsam. Ich werde präziser fliegen und besser zielen. Habe ich viele Roboter, die ich hier schon mal platzieren kann? Nee. Den habe ich noch. Den habe ich noch. Der könnte noch hübsch sein. Ich muss mir erstmal ein paar Sterne. Oh, ich muss gerade wieder zurück langsam. Sonst habe ich wieder nicht genug. Ähm. Da will ich manchmal haben gegen die. Leider, dass sonst nicht zu viele werden. Oh, fang. Ich habe keine mehr. Ähm. Ich weiß nicht, ob sie sinnvoll ist, schon die nächste Plattform anzuvisieren. Ja, nicht, wenn ich getroffen werde. Aber da ist ein Annotrick. Das könnte auch reichen von. Dass es sich gelohnt hat. Das ist gut, Google. Ich werde jetzt selber den hinlegen. Ich nehme meine Ruhe ab. Kurz. Ähm. Ich habe irgendwie fast nichts mehr. Ich muss, glaube ich, Verpixler gegen die jetzt einsetzen. Ah, hier ist nochmal ein Annotrick gespawnt. Ah Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte mich fast getötet, die Annotrick aufzuheben. Äh. Jetzt auch nochmal Medizion. Die soll ich auch nochmal mitnehmen? Sein Helm ist aber auch schon mal auf dem Eck. Er ist bei den letzten 8%. Also es läuft gut. Ich habe vorhin einen Tank. Ich habe halt nichts mehr, womit ich ihn abballern kann. Ich kann mich nicht zum Tanzen bringen kurz. Oh. Okay, aber ihr tanzt. Ähm. Ihr tanzt, ihr tanzt, ihr tanzt. Ah, das hat gereicht. Das hat gereicht. Hätte ich vielleicht schon viel eher einsetzen sollen. Das Museum war sonst immer so richtig versteckt. Ähm. Behaltet eine Waffen. Wiederholt das Spiel in einer schweren Version. Und mal Waffen. Und rückst du nicht. Hatte mir. Und so. Wo lande ich bei weiter? Ich will gerade nur mal schauen. Und wieder hier vorne. Garten. Ich weiß schon mal, was ich... Knichtig. Bist du eins von diesen Time-Piechern aus... Äh. Aircrack'n'Time oder wie es hieß? Aircrack'n'Time. Ja, scheinbar. Scheinbar. Keine Ahnung. Ich sehe es zum ersten Mal. Aber ich kann hier hier nochmal ein Set holen. Kann ich mir die Rieder holen? Nein, nein, nein. Da. Post-Deep-Eat sagt mir auch nichts. Tut so wirst du... Okay. Kein Wunder, dass er mir nichts sagt. Ich meine, wir können den Boss ja jederzeit machen. Ich kann mich unverwundbar machen, wenn wir endlich Munition geben. Und da habe ich die Rieder noch nicht mal, ne? Also. Da mache ich mir weniger Gedanken. Dann machen wir hier nochmal mehr Schaden. Mehr Schaden. Dann gucke ich gerade nochmal, was meine Riederkarten so sagen. Fehlt eine Rieder, zwei. Äh, ich habe den Guide doch mal hier noch offen. Dann schauen wir mal. Äh, Moment. Rieder. Das ist die Teil, das ist zwei. So, hier, Sternzeichen. Meine, drei, 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 okay. Äh, die fehlt uns noch. Das ist auf dem... Ja, ich habe schon wieder irgendwas doppelt. Ganz ehrlich, ich haue das jetzt einfach irgendwo rein. Am besten von oben her, würde ich sagen. Sieg, ne, kann ich auch nicht. Oberhüter der Größen. Oh, ja, Nigel. Ich habe keine Ahnung, wovon hier redet. So, absolut nicht. Ja, wir haben das Spiel nochmal durchbekommen. Jetzt ist schon wieder alles, meine Fresse. Spiel. Ich mache das nicht umsonst. Äh, Audio-Sachen lassen sie aber, die ganzen extra. Das war früher nicht so. Fullstyle, Metallwährung, Kopfmachke, ähm, ne, wir den nochmal. Quarkgrün haben wir zwei geschaltet, oder auch merke ich? Ja, schwarz. Gucke ich mir mal an. Joah, ich fand mein Silber eigentlich besser. Das ist jetzt so ein Quark-Anzug. Ich glaube, den Anzug lasse ich nochmal. Mein Schiff sieht ernsthaft aus und ich selber nicht. So wie Gottes wollte. Nervt, dass du das jedes Mal neu einstellen musst. Dann holen wir uns die letzte Rhino-Karte und damit können wir uns dann hier reinholen. Vielleicht mache ich da auch die Texte nochmal an, um das zu hören mit der Rhino. Ja, hier, finde alle Rhino-Karten. Das wird ja jetzt auch vom Spiel nicht gesagt wiederum. Interessant. Und zwar fliegt man da auf einer Plattform, um, um... Das ist ein Karte-Lokate-Nervis in der Nord-Eastern-Area. Ähm, okay, ich glaube, ich kriege die da hin. Ich denke, die habe ich einfach nur nicht gefunden. Da ich jetzt auch keine Kratzins mehr fülle, habe ich mich gerade grün angemacht, in meinem Anzug. Bin ich jetzt doof. Ach ne, ich habe das Faltrum gemacht. Moment, 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 Moment. Extra, mal sehen. Das Schiff will ich so haben. So. So rum will ich es haben, genau. Ähm, dann machen wir jetzt das Geschwätz mal kurz wieder an. Machen wir so. Weil sie doch noch ganz viel unnötiges Zeug labern. Äh, ne. Wo ist denn? Wo ist denn meine Flugplatte? Da ist meine Flugplatte. Jedes Level sollte so eine Flugplatte irgendwann freischalten. Ich verstehe, warum sie das nicht machen wollen. Das ist ein Alpraum, das zu programmieren, dass man nicht irgendwo out of bounds geht, aber cool wäre es halt schon, ne? Das Schafen muss ich noch machen. Wie viele Roboter noch. Mir fehlen auch noch zwei Waffen. Keine Art auch nicht. Weil er so den Plattformen rechts hieß, ist das, was ich gerade gelesen hatte. Das sind aber auch keine Gegner mehr, ne? Da ist das die Insel, die... Ne. Oder? Doch. Das kann schon sein. Ne, das ist... Oder? Bin mir unsicher. Wo ist die nächste Flugplattform? Aua. Da drüben. Da drüben ist es nicht gut. Also hier irgendwo ist noch eine Riederkrate versteckt. Ach, da ist sie schon. Das wird sie sein, ne? Ja. Rohrboote. Das? Ist das die aus Cladiator? Ich glaube, das ist die aus Cladiator. Ich glaube, das ist die aus Cladiator, wenn mich nicht alles täuscht. Alle Rollokale, dann bitte jetzt so... Hol dir die Karte ab. Ja. Sag ich doch, ist die aus Cladiator? Ich glaube, die 3 hatte ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich 3 3 jemals so weit gespielt habe. So. War jetzt nicht so schwer. Die liegt hier einfach so random rum. Ich würde ja gerne auch meine anderen Waffen aufleveln, aber dafür brüchte ich mal Gegner. Die sind irgendwie kein Level mehr. Ja, ist ja gut. Ich gucke mir da schon einen Landepatz. Irgendwo. Ich mach nach da unten, ich will nur noch liegen. Das war das mit diesem extra Gedöns da hinten, wo ich Probleme hatte. Dann haben wir auch, glaube ich, alles im Spiel. Das war jetzt nicht so schwer. Hier und da vielleicht nochmal ein Achievement, irgendwas Verstecktes finden. So ist 3-punktmäßig, wo du aber halt eh einen Guide brauchst. Ich weiß nicht, ob ich das zählen würde unbedingt. Ich bin hier falsch. Oh, ich hab hier... Ich sag doch, ich hab einiges an Steinen übersehen. Das wird mir aber erst angezeigt, wenn ich da auch bin. Und die Hirne würden mir angezeigt werden. Das ist schön. Ich weiß nicht, vielleicht mach ich das off-screen oder so. Aber ich glaube, ich gucke irgendwie nochmal, dass ich nochmal jeden... Ja, wobei... Off-screen ist halt auch ein bisschen blöd, weil da muss ich mir alles angucken. Gucken, wo es ist, was es ist, hingehen. Eventuell ist es dann doch falsch. Ähm... Wo war es jetzt? Welcher Planet war es? Da. Wo ist die Textilie erlaubt? Ich hab L grad schon kaum verstanden. Das waren nur zwei Stufen. Also die meisten Karten gibt's halt wirklich geschenkt, wenn du dich umschaust. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten. Ey, ich weiß... Ich glaub, ich mag... Ist das Nostalgie? Eigentlich macht's ja mehr Sinn, dass du halt alles sammelst. Und dafür kriegst du dann nie Belohnung. Dass du halt die ganzen Sequels findest. Die ganzen schweren Sachen. Du kannst... Das eine Rätsel musst du ja lösen. Da gab's ja kein Autolöse-Ding. Ist eigentlich meiner Meinung nach... Ja, wobei... Ich mag halt auch, dass du das Spiel halt einfach beim zweiten Mal spielst. Dann spielst du es halt im Extramodus. Und wenn du es dann aber im Extramodus geschafft hast... Ah, hier ist sogar noch... Ach da! Ansonsten hab ich hier aber scheinbar alles. Ja, das ist die Kanalisation. Da wird's nichts sonst geben. Ja, außer die zwei Steine hier. Ähm... Zum Rennen? Ich glaube nicht. Ich glaub, ich will zum... Der Reader-Händler. Genau. Dann spielst du das zweite Mal im Herausforderungsmodus nochmal. Dann geht's ja auch schneller. Dann sind deine Waffen nochmal stärker. Da kannst du die ganzen starken Waffen auch mal nutzen. Und wenn du das dann geschafft hast, dann darfst du halt die Reader. Dann hast du Spaß haben. Das hier wäre doch auch beim Rennen. Warum gibt's zwei verschiedene dafür? Das ist so nah beieinander. Hallo, Kumpel. Hey, du hast ja alle Holo-Karten. Gute Arbeit, Kollege. Die Reader gehört dir. Warte kurz, ich hol mein Werkzeug. Jetzt muss ich nur noch den Induktionsstab anbringen, die Emitter neu ausrichten und... Voila. Eine neue Reader. Aber sagt noch niemandem, dass ihr eine habt. Viel Spaß damit. Yeah. Tausend Schuss und sie ist jetzt Level 1. Und ich habe keine Gegner, an denen ich sie testen kann. Hat einen Blödsinn. Wo kriege ich jetzt Gegner her? Ich weiß nicht, ob ich die Karten behalten würde. Nudeln, das wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich setzt sie sonst was immer so, dass du alles behältst, nur die Story-Checkpoints setzen sich zurück. Und Lance und Janice noch voll aufgedreht hat. Nicht, dass mir das je passiert, wem. Da hat mir Quark schon wieder bei, die Rennwitzler. Wo kann... Wo kann ich jetzt meine Reader mal testen? Es gibt ja irgendwie dann nirgendwo mehr Gegner, ne? Ja gut, dann... Das ist jetzt mal ein bisschen bescheuert, aber dann testen wir sie bei Nefarious. Und wenn ich jetzt so alles im Spiel habe, meine zu haben, Bolts habe ich alle. Ich habe alle Reader-Karten. Hm, was geht mir denn dann überhaupt noch? Die Story habe ich, die Missflächen bei den Achievements gucken. Aber sowas wie das Rennen in einer gewissen Zeit gewinnen, ja, von mir aus. Aber wir sind jetzt mal scheiße. Wir sind jetzt mal richtig scheiße. Du begrennst, du mir. Ist jetzt egal, ich habe eh 1000. Das ist die Reader. Aber mir fehlt halt wirklich noch eine Waffe. Okay, und begrenzt du mir jetzt nochmal wieder aus. Ich mache beide Cheats wieder aus. Ich mag die. Ich mag den Gedanken nicht, dass du damit am Level. Warte, wo wollte ich es hin? Ach, da rechts kann ich gleich zum Post, oder? Was ist das? Nein. Ist nicht eigentlich mehr. Ist das eigentlich die Rüder, die klassische Musik spielt? Okay. Das ist ein eigenartiges Level. Auch, dass man da zweimal da hat, sind andere Türen einfach offen. Aber na gut. Ich habe ja alles. Ich muss es ja nicht verstehen. Jetzt noch Karte habe ich alles, ne? Zeigst du mir nicht mehr, dass hier noch was ist. Nö. Oli, ich brenne aber auch ganz schön durch die Schüsse. Die Rüder will ich ja auch. Ja. Oh Gott, die hat oben einen komplett neuen Bereich. Was ist das? Erhöht, können Sie noch schneller Raketen oder noch mehr Munition? Oh, ich will gar nicht, dass wir es nicht stark die werden kann. Aber es ist leider nicht, wie die klassische Musik macht. Zum Postel. Kann ich beide nochmal machen? Kann ich Quark mit der Räder jetzt in 5 Sekunden töten? Das wäre lustig. Oh, ist nicht Quark. Kann ich hier noch langweilen? Ach, ich bin ganz... Oder? Ach komm, ich lasse die Texte noch... Wenn der Stern explodiert, geht auch Umriss unter. Und dann wir. Du kriegst mich nicht. Ja, ich dachte, ich halte mich da schon dran fest. Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Zwergstern zerstören. Herr Laris, es gibt ein Problem. Der Fahre wird es durchgetreten und er will den Stern zerstören. Ratchet, du musst ihn aufhalten. Wenn der Stern explodiert, Mann, ich hätte keinen einen Cross-Root-Spiel-Quark gemacht. Und dann wir! Ich meine, immerhin kann man den Moment warten im letzten Boss-Kommensin immer wieder holen. Die anderen Boss-Kommensin sind das Problem. Ich würde grad sagen, wenigstens kann man Boss-Kommensin so einfach wiederholen. ich muss dafür immer wieder das Spiel bis zur Herstelle spielen. Es wird einfacher, das gebe ich zu. Aber... Oh, jetzt kann man nur jemanden in ein scharfer Wald. Das würde ich wieder niemals tun. So was mache ich ja nicht. So was macht nur der Bösewicht. Lauf dir nicht nach. Darum stirbst du nicht einfach. Wunderschön, was? Künstliche Super-Dum. Wie kam jetzt ein Träger drin gestanden? Oh mein Gott, die Rida ist jetzt schon gelevelt. Die hat drei Gegner besiegt. Die hat den Wario-Spiel mal angeschossen und zwei Gegner besiegt. Und dann ist es die Level... Oh mein Gott! Komm, 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 guck, guck, was ist das denn? Guck euch das an, die schnell die Levelt. Die Slayer ist schon wieder voll. Alter, ist das absurd. Ich muss auch sagen, dass ich Nefarius nicht vorher töte. Okay, Level 3 braucht jetzt ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, dass ich Nefarius nicht vorher töte. Ich hab echt ein Problem damit, wenn ich mit seinem Schüßen merke, wenn ich getroffen wurde und bin nicht. Das ist trotzdem echt absurd, ich will, wie der wird. Wie hat das schon? Moment, wenn ich jetzt... Egal. Wir machen ihn halt nochmal gleich. Ich bin verletzt! Aua! Aua! Oh nein! Oh, ich bin gestorben, jetzt muss ich ihn noch mal machen! Oh nein! Ich muss meine Reader weiter leveln! Gott, das ist absurd! Gott, das ist der Wien! Jetzt kommt der Wien! Kommt der Wien! Was zum Fick! Ich meine, der ist auch von halb tot, aber was zum Fick! Jetzt ist er... Jetzt ist er... Nee, jetzt verballert, ich hab nur meine Munition. Steck hab ich... Hä? Hab ich ihn gesopft noch? Nee. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Jetzt! Ich glaube, es gibt so bestimmte Caps, die ich erst erreichen muss. Und macht er die Plattform kaputt und vorher nimmt er keinen weiteren Schaden. Ich find's so stark wie das Spiel. Oh Gott, ist das absurd! Nein! Ich muss mit deinem Handy! Schitter und besiegbar! Gott, ist der... Gott kann er nicht! Ich werde Quark halt wirklich in fünf Sekunden töten, damit wenn die Bosskampf noch mal gemacht hätte. Oh, ich hab's! Ja, sobald ich den Gegner anvisieren kann, kann ich ihn töten mit der Waffe. Ich kann die halt wirklich nicht so weit schießen, wie die ich treffen kann. Ja, wieder 5 Sequenz. Und das kommt ja nicht jedes Mal. Das ist ja auch gämlich. Aus von uns Modus freigeschaltet. Fährt mal schwer. Kann man nicht einfach mehrere Spielstände machen, wie es früher auch war? Falls ich den alten doch mal behalten will, falls ich doch noch mal zurückgegeben will, was ich angucken will. Mano. Ja, weg. Kann ich nicht, kann ich das automatisch überspringen oder so? Warte, jetzt habe ich die Tools nicht mehr, ne? Die ich eventuell brauche. Ja gut, wofür soll ich die brauchen? Ich habe alle Bulls. Würde jetzt so nervt, dass ich jetzt ein Kamerakröbel hier nochmal machen darf, ne? Oh, ich mache die Stimme wieder aus. Kein Bock drauf. Warte, jetzt ist das ein Teleporter, ne? Gut, im Sommerkirchen gehen. Das ist immer interessant. Das will ich sehen. Was haben wir denn hier Schönes? Willkommen im Sonnermuseum. Langer Betrieb, Langer 1. Guck, wie wir das schon kriegen an den letzten 15 Jahre. Oh, wenn ich jetzt Teil 1 nochmal gespielt hätte vorher. Und es ist auch 60, ich glaube, man kann auch nur je nachdem, wie man gemacht hat, freischalten. Und er ist nur so als Belong für den Spielabschluss freigeschaltet. Ja Mensch, hätte ich doch nur genügend Goldbolts gesammelt. Mensch. Kein Anleger, das muss man so entfernen. Was sagst du? Kann ich da rein? Ah, das ist nett. Das ist nett. Jetzt hat man hier den Fotomodus. Oh, die war scheiße. Ich erinnere mich an euch. Ich will so richtig sehen. Wir schießen immer so zwei Laser. Das ist der alte Quark. Das klenkt noch nicht. Ich kann die kaum hochschwingen. Wenn ich Teil 1 mehr gespielt hätte, hätte ich sowas richtig von Teil 2. Aber ich würde so einen Orgasmus kriegen. Das ist nicht Teil 1, oder? Das sind jetzt diese Cartoon-Zeichen, die irgendwann anders mal benutzt werden. Das sieht eher aus wie die Dinger von Quest for Booty oder Crack in Time. Du auch. Siehst du? Das ist ja ein Roboter, den wir als Karte haben. War das nicht eines der ersten Konzepte, als sie gezeigt wurden? Und sechs Zange haben sie gesagt. Was haben wir denn dann noch schönes Jahr? Sind das die Comics? Es gibt Comics. Einer der Comics ist... Okay, dann muss ich weiter ausholen. Bei All for One haben sie lange überlegt, wie sie es nennen wollen. Sie wollten halt irgendeine sexuelle Anspielung wieder machen, wie Quest for Booty, wie Up Your Arsenal, Luck and Load, wobei das noch am wenigsten ist. Und da wollten sie wieder sowas machen. Und die Ideen, die sie hatten, die durften sie alle nicht nutzen, weil die zu krass waren. Und die haben sie aber später für die Comics verwendet. Deswegen gibt es einen Comic... Oh Gott, dieses früchschwärtsche Ding sieht gruselig aus. Es gibt deswegen eins, das heißt Multiple Organismen. Was ich meiner Meinung nach so einen guten Titel finde. Nein, 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 nicht Film Ouapi terrainign! Blos nicht! Was soll ich mit so einem Filmmuseum Ding hier? Copyright Strike, der Raum! Hier fehlt... Annie, das ist der große. Das sind die Live-Explos. Die darf ich wahrscheinlich auch nicht zeigen, ne? Ich sehe ihn irgendwie... Ist das der Reveal-Trailer? Das sind halt die Filmausschnitte. Ja, toll! Nenne ich so, dass ich die DVD sowieso hier... Die Symbole kommen mir bekannt vor. Wenn hier wirklich nur die Filmausschnitte sind. Wenn es dann jedes Mal gesperrt wird, da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, das war irgendwie eines der ersten Sachen, die man gesehen hat, dass Ratchet & Clank zurück sind. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe die Stimmen aus. Das ist wahrscheinlich jetzt auch hier drauf, ne? Scheinbar. Es klingt nämlich sehr, sehr still. Na gut, das lassen wir. Bin ich hier, um Filme zu schauen. Ich habe mir noch keinen Glauben. Ich sollte vielleicht wohl das Clank holen. Dann wiederum will ich mir das Museum angucken. Das war jetzt ein Jahr 2. Das ist 4. Dann gehen wir mal in 3. Oh Gott, wenn man die Geschichte mehr verfolgt hätte, würde man wahrscheinlich so viel mehr kennen. Das ist ein All-for-One-Cover. Oder Artburg oder irgendwie sowas. Das ist der Panzer, den wir besiegt haben. Das ist unser Schiff. Das ist ein alter Panzer. Wie der früher. Oh Gott, ich muss echt die anderen Teile spielen. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier so viele Easter Eggs und Anspielungen, weil ich halt nur die Classic-Dinger kenne. Und selbst die haben ich lange nicht mehr gespielt. Nee, das ist nicht unser Schiff. Ich dachte, das wäre unser Schiff gerade. Kann unser Schiff so aussehen? Ich glaube nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Da ist... Kann ich zoomen? Ja! Das ist dieser Aufsteller-Wedger, den es im ersten Teil gab und im zweiten Teil auch wieder zurückkehrte. Den kann man einfach aufstellen und dann... 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 Wie sieht ein Gegner ihn an, anstatt ein? Und damit kann man sich durch Wände klitschen. Das ist viel interessanter an ihm. Kann ich hier nicht rauf? Ich brauche Clank dafür. Ich sollte vielleicht doch wirklich erst Clank holen. Ich würde echt gerne da rauf. Gucken, was da noch ist. Nein, das ist aber das Karma von Quest for Booty. Ich hätte die Räume vielleicht mehr nach Spiel sortiert, was die Wut drin ist, wo er halt irgendwie mal alle Schiffe rein, anstatt die einfach so... Ja, wir packen hier einfach die ganze Schrott hin. So nix, so ein bisschen. Möchte ich das Ding kennen? Das sagt mir nix. Das sieht aber cool aus vom Design. Ist das... Ne, das ist nicht unser Schiff. Da ist der Ratchet wieder. Das ist ne Uhr oder was, ne? Das ist der Typ, den ich meinte. Dieser Bach-Ratchet oder so. Die Story wird irgendwann nochmal sehr eigenartig. Genau, da sieht man ihn besser. Das ist scheinbar der Crack-in-Time-Raum, ob ich das richtig sehe. Da ist der Ratchet nochmal. Der steht hier überall. Ach! Das sind... Das ist dieser Hilfsroboter aus Teil 1. Oh Gott, wo ist denn der? Ich glaube, Clank verliebt sich dann in den. Das war auch in dem Level, wo wir den Präsidenten von Gadgetron retten. Da ist, glaube ich, auch sie an einer Stelle. Und Clank flirtet dann mit ihr oder so. Ich glaube, so war das. Hat mich nicht alles täuscht. Das sind halt alles nicht die Schiffe und Fahrzeuge, die ich kenne. Das sind diese Zeitroboter, glaube ich. Hat mich nicht alles täuscht. Was seid ihr? Euch kenne ich auch nicht. Dahinter nochmal irgendwas? Nee. Konzeptart und so. Ja, Clank hat es dann irgendwie... Wird später irgendwie noch ein Zeitroboter. Ach! Ach, hier, hier, hier ist die... Hier ist die Helga. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Sie ist die Anleiterin von dem Fitness-Parcours eigentlich. Und Teil 3 kehrt sie auch zurück. Sie, glaube ich... Ich glaube, sie ist auch kurz in Teil 2 zu sehen in manchen Cutscenes. Wenn mich nicht alles täuscht. Das war jetzt 4. Boah, da geht es ja schon aufs Ende zu. Oh! Ihn kennt man. Ihn kennt man. Ähm, der ist... Es ist der Test-Typ hier aus Teil 2. Der Wissenschaftler, der da alles macht. Das ist aus Teil... 1 oder 2? Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht sicher. Das ist der Test-Typ hier aus Teil 2. Das ist Al. Wie Al früher aussah. Das ist, glaube ich, ich wünsche das Teil 1. Und wir da... Das sind die Gegner aus Teil 3, in die man sich verwandeln kann. Das ist der eine Typ, der da auch steht, doch auf dem einen Fliehen, wo man den Fitness-Kurs macht. Ist das der Quark-Fan aus Teil 2? Das ist auch so ein Professor, die haben... Die werden von den Protofenzen ziemlich fertig gemacht. Das ist Ratchet aus Teil 1, glaube ich. Ihn kenne ich nicht. Das ist die Reporterin nochmal. Äh... Müsste ihn aber wahrscheinlich kennen, ne? Dann ist er aus Teil 3. Da ist der Klempner wieder. Okay, den Teil kenne ich jetzt. Jetzt geht der Nerd in mir wieder los. Das ist scheinbar das japanische Kawa von Teil 2 oder so. Würde ich mal vermuten. Jetzt... Jetzt nörde ich rum. Jetzt ist der Teil, den ich kenne. Zum Glück habe ich den Teil zuerst gespielt mit den ganzen Anspielungen drauf. Okay, das ist schon ziemlich cool, muss ich zugeben. Das ist Trax, wie er früher aussah. Hier noch irgendwie Steuereinheiten. Es... Was ist hier? Äh... Keine Ahnung. Es gibt im Film eine Anspielung an Solitär. Das ist dann halt mit so Honigwaben gemacht, aber man erkennt, dass das einfach Solitär ist, was da einer am Computer gespielt hat. Ich fand das lustig. War ein nettes Detail. Was haben wir denn hier? Ratchet Racing oder so? Sieht so ein bisschen danach aus. Gab es meines Wissens aber nie. Ich kenne hier irgendwie viel zu wenig, dafür, dass ich mich als Fan der Reihe bezeichne. Ist das eins von Nefarius-Schiffen? Das sieht ein bisschen so aus. Aufsteller von Wetschit. Der hat also bestimmt in Kinos oder sowas aufgestellt. Nochmal ein paar andere Artikel. Macaroni-Art. Das könnte sein, dass das aus... Es gibt irgend so ein kleines Mädchen in Size Matters, dass das von ihr ist. Sie soll wohl ziemlich furchtbar sein von einem, was ich über sie gehört habe. Dich kenne ich nicht, aber du siehst so ein bisschen aus wie Riesenclank. Warum ist hier kein Riesenclank drin? Das ist bestimmt alles in der Anspielung. 100 Pro. Das kann man alles kennen. und ich kenne nichts davon. Oh, das ist schon ein bisschen traurig, ne? Ich sehe das und denke mir, das ist nicht einfach nur random hier. Da werden Leute sich tierisch drüber freuen, über jedes Detail. Das Schiff kommt mir bekannt vor, ein bisschen, aber wir können jetzt noch unsicher sein. Große Schiffe, kenne ich das? Kenne ich da Rauch? Nee, nicht wirklich. Ich weiß, die Räume finde ich nicht so interessant, aber ich glaube, da fehlt mir einfach das Wissen. Ich finde es auch recht wenig von der klassischen Triologie, beziehungsweise von den ersten vierungen. Wenn das jetzt nicht hier alles ist. Das Artwork kommt mir auch bekannt vor. Das sieht sehr japanisch auch wieder aus so dem Gesicht, dass das so verniedlicht wurde. Das sind die Werkzeuge austeilen. Das ist der Omnischlüssel. Das ist das Wasser-Ding. Das glaube ich, der Dietrich. Du hast, glaube ich, Sound gemacht oder so. Das hat man eigentlich nur für den Unendlich-Polz-Clitch benutzt. Oh, was hast du? Hast du ein normaler Plaster einfach? Das sind, glaube ich, 10 aus All4One. Wenn mich nicht alles täuscht. Sieht zumindest danach aus, weil hier drei Arcades sind und mit den vier Spielbahn-Charakteren auch. Das könnte aber Teil 1 sein sogar. Äh, das wie sagt mir nix. Ähm, auch nicht. Das ist All4One höchstwahrscheinlich da rechts. Das ist wahrscheinlich Cracking Time. Das ist schon sehr... Oh, hier sind noch weitere Waffen. Das ist die Saukanone. Das ist so eine Elektro-Klaue. Äh, du bist doch diese Blitzkanone oder so. Ich glaube, du bist der Flammenwerfer höchstwahrscheinlich. Boah, keine Ahnung. Raketenwerfer oder so. Oder die Reino. Ich habe mich vorgestellt, dass die Reino einfach so da hängen würde. Ja, hier kenne ich jetzt ein bisschen was. Hier ist jetzt sehr viel Teil 1 wieder. Ach, hier. Ne, das ist die Reino 100 Pro. Das ist dieselbe... Ach, einfach noch. Das ist dieselbe nochmal. Die waren ein bisschen faul. Das ist... Das ist nicht auch die Saukanone? Ist das doof? Ne, hatte ich die Saukanone? Moment, die Saukanone gab es in Teil 1? Doch, ich glaube schon. Oder... Ne, das ist der Boxhandschuh. Das ist der Boxhandschuh. Äh, das war unnütz. Einer von den Standardrobotern. Ich glaube, zu denen hat man sich verkleidet damals. Das sind die ganzen Munitionen von den anderen Sachen. Das Elektro-Ding. Das könnte Reino gewesen sein. Ich glaube, das war das Attrappen-Ding. Das war, glaube ich, der Bombenhandschuh. Oh, ich weiß nicht. Das sind die Raketenwerfer. Das war für Feuer. Oder war das Raketen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist die Attrappe. Ich finde, da gab es auch noch den Attrappen-Handschuh ja irgendwo. Ach, guck mal. Hier haben sie jetzt eine Champion-One-Passage eingebaut. Mit noch mehr Sachen, die ich nicht kenne. Ja, nicht wieder alles. Ne, aber ich komme mir so doof vor gerade. Ich das alles nicht kenne. Das sieht so aus, als müsste ich es kennen. Aber ich erkenne es nicht. Aua. Okay, sehr gut. Hier ist überall Lava. Verstehe ich schon. Ah, das sind, äh, wie hießen sie? Killer-Bot und Grün oder so? Nein, ich kann nachgucken. Ähm. Das will ich jetzt wissen. Äh. D-d-d-d-d-d. Gladiators, 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 Gladiators. Söldnerlein und Grün. Verstehe. Ja, alle Rieder. Ich habe alle Rieder. Holocans und Söldnerbrot. Äh. Das Artwork habe ich auch schon mal gesehen, aber ich weiß es gerade nicht. Ach, stimmt, stimmt. Es gab noch zielsuchende Raketen. Das sind dann die hier. Das sind die Raketen. Das ist die Waffe, aus der man sie gefeuert hat. Das sind die Taxis von früher, auf denen durfte man sich noch bewegen. Ne, Spiel? Den Raum von Teil 1, die sind die Roboter, die Bäume gefällt haben zwischendurch. Was bist du für ein Kerl? Du sagst mir nichts. Aber mir fehlt der Raum für Teil 2, für Gladiators und so. Was haben wir hier? Äh, ich bin zu nah. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Automat. Ähm. Nochmal eine Attrappe. Das ist mit der Actionfigur. Ich weiß nicht, ob die jemals irgendwo vorkommt. Aber. Ich finde die cool. Würde mir wahrscheinlich wirklich eine holen. War das jetzt schon der letzte Raum? Und den fand ich bislang am besten. Warte. Das sind. Das ist irgendeine Eiskanone. Die sagen mir jetzt wiederum nichts. Könnte natürlich aus All4One sein, wenn die hier schon so platziert sind. Also es gibt ein bisschen was aus dem Originalen. Sehr viel, was ich nicht zuordnen kann. Relativ wenig aus 2, 3 und 4. Wacht mich warum. Das war 6 von 6. Och Mann, oh, das war es schon. Es hat gerade angefangen Spaß zu machen. Gerade habe ich Sachen erkannt. Und ich glaube, er ist der Holzfäller von dem Planeten, wo sie alle ganzen Holzdinger gefällt haben. Der ist jetzt hier aber nicht mehr drin. Der war auch cool. Ich fürchte, passt das. Das war es schon. Och Mann, oh. Gerade wo es so interessant wurde. Weil ich bin jetzt ja im Herausforderungsmodus. Ähm. Doch, ich habe alle meine Waffen noch. Selbst wenn ich so nicht, wenn ich nicht alle habe, haben sollte. Wo gehst du jetzt weit? Ach da. Okay, die Verstärkung, das habe ich auch noch. Da verliert halt nur die Tools, die man, womit man die Story sonst in der falschen Reihenfolge machen könnte. Na gut, dann habe ich die Magnetschuh noch. Wahrscheinlich eher nicht, würde ich mal vermuten. Würde mich allerdings jetzt mal interessieren. Ne, die habe ich nicht mehr. Die wurden mir abgenommen. Ja, die Storyflags sind halt alle weg. Aber alles andere ist da geblieben. Was eigentlich auch sehr optimal ist. Ich mag es eigentlich so. Kann ich jetzt... Ist hier schon ein Händler irgendwo gewesen? Ne. Und da hinten erst. Und da habe ich eine Karte übersehen. Oder die ist schon wieder gespawnt. Ich glaube nämlich, da hinten hatte ich doch eine mitgenommen. Aber ich höre keine Erklärungen mehr. Keine Voice-Dinge die ganze Zeit. Das finde ich sehr angenehm. Im Ecke gerade. Ich bin wieder ein normaler Wedget. Schon wieder. Warum macht das das Spiel das jedes Mal mit mir? Ähm... Da, da, da. Quark. Dann Dan. Dann... ...ne Teilwährung. Und... ...das da. Hat aus... Ne, ich brauche ja meine Nanotech. Der Rest wäre mir nicht so wichtig. Ich habe mich fast runtergefallen, weil ich einen Long-Jump wieder machen wollte. Ja, hier war nichts mehr. Vielleicht dabei ist es ungewohnt, dass man auf den ersten Planeten zurück kann. Eigentlich kannst du da safe sein. Da ist nichts. Da ist nichts versteckt, was nicht einfach nur ein paar Bowls mehr sind. Du musst dir keine Gedanken machen. Ach, das ist schön, wenn man die ganze Zeit voll gelabert wird. Das ist ein bisschen zu ruhig stellenweise, aber andersrum finde ich es schlimmer. Ach, hier ist das Schild wieder mit dem Sprung. Okay, dann hatten sie das hier drinnen. Habe ich nicht. Moment. Ähm... Extras, Aussehen. Schutz und so Farbe. Okay, dann habe ich den im ersten Level einfach noch nicht. Deswegen laufe ich hier gerade rum wie ein Furry. Jetzt möchte ich trotzdem das alles noch wirklich... Oh, ich weiß nicht. Das zieht das erste Level halt da. Ja, Omega-Waffen seid ihr jetzt verfügbar. Bei der Omega-Waffen sind jetzt hier auf Stufe 5 höchst. Verwurte ich den einholen kannst, wie diese Waffenklasse. Können sie mir einfach noch zur Verfügung stehen. Ja, und haben Zusehen noch. Ja, bis Stufe 10. Das ist mal ein Flammenwerfer, ne? Oh Gott, die werden jetzt wieder teuer. Oh, Rieder-Extreme. Oh, ich will sie haben. Oh, ich möchte sie haben. Aber sie ist teuer. Wobei, wir haben jetzt ja einen Multiplikator. Ich weiß noch nicht, ob ich die so sehr brauche. Ich glaube, ich nehme erst mal die Bomben. Denn das... Die Rieder wollte ich jetzt hier auf... Die Rieder-Extreme oder so, wie sie heißt. Ähm... Mehr Raketen. Heißt mehr Raketen. Heißt mehr Raketen. Jetzt kann ich die nämlich auch nochmal... Weiter-Leveln. Den Loop mag ich nämlich, weil wir schon klang. Das ist Giedermunizio. Achso. Die Bombe ist halt immer noch so... Die Bombe ist sowas so schlecht zu einem, wie die Gegner. Ich wollte mir die... Ähm, ne, die wollen... Ja, okay. Irgendwie hoch geht er denn? Ich glaube, er ging früher immer bis 20 oder bis 100 später. Drei... Drei... Ne, hier ist die Krater dahinter gesteckt. Der Multiplikator für die... Ja, die habe ich 100 für mich genommen. Achso, es sind mehrere Karten. Okay. Ja. Achso, ich dachte, die soll da jetzt schon... Ich würde die immer noch gerne abwerfen, aber das klingt halt leider nichts. Gott, ich kämpfe im Herausforderungswohnen mit Stufe 4 Waffen. Das ist auch ein bisschen wahnsinnig, aber okay. Kommen wir auch nochmal Gegner, oder... Muss ich jetzt alleine mich mit mir beschäftigen? Na, geht doch. Gott, das sind Bomben. Die sollen explodieren eigentlich. Die schalten nicht mal die Gegner aus. Oh Gott, wie die Schwachkicks. Jetzt der Multiplikator nur bei 3. Ja gut, vielleicht muss ich 3 Gegner besiegen, damit er sich auf 4 erhöht. Und dann 4 Gegner, damit er sich auf 4 erhöht. Könnte gut sein. Ich habe ja nochmal eine Kugel. Ja, mit der ist das einfacher. Ja, scheinbar muss ich mehr Gegner besiegen, damit er sich weiter erhöht. Aber er erhöht sich deutlich. Gott, schon, dass du nochmal schnell... Oh, das ist der Loop, der mich immer catcht. Oh, wegen so einem Loop spiele ich Wettbewerb-Glenk-Spiel immer viel zu lange. Und viel zu 100%ig. Weil das Spiel soll ja übrigens nicht so schwer sein, 100% zu machen. Ich würde gerne irgendein Feature haben, das automatisch die Cutscenes überspringt. Oh, oh, das ist das... Okay, das ist cool, dass das schon das Fabrik-Level ist. Kann ich das nicht skippen? Irgendwie... Kann ich das Clank-Level generell skippen? Ich meine, ich habe jetzt immer noch einen Multiplikator, aber ja. Dann machen wir halt hier jetzt weiter. Überlegen, ob ich sie wirklich nochmal durchspielen will. Jeder ist halt schon ziemlich cool zu haben. Bis jetzt konnte ich es halt auch noch nicht richtig testen, wie es ist mit ihr. Ich glaube, die unprogrammierte Chips kriege ich dann, sobald ich sie brauche. Weil jetzt brauche ich sie sowieso nicht. Und ich kann die Cutscenen-Level eh nicht zurück... Also ich kann da eh... Doch, jetzt kann ich ja zurück, aber es gibt ja nichts, was ich da machen will. Können, will, tun. Ja, jetzt Viktor wieder. Er fängt halt viel zu früh an mit dem Laser. Das irritiert mich immer. Ich denke immer, ich muss auswählen, sobald der den Laser rausgefahren hat. Aber noch lange nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das sehr langweilig. Sehr schnell, sehr eintönig. Und da müssen wir noch immer sich die Texte anhören. Ich weiß nicht, das würde echt nicht gefallen. Dann würde die Story, glaube ich, auch ohne Texte und Cut... Wahrscheinlich sogar ohne Cutscenes verstehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich so viel dazu beitragen. Muss ich jetzt auch nicht mehr gucken, ob hier irgendwas fehlt, ne? Mir kann ja nichts fehlen. Oder warte, hier... Ich kann nicht noch nichts in der Brücken-Ding machen. Dann geh doch noch mal rüber, erst mal. Besser gewollt aus mit dem Wurf. Achso, ich muss hier ausfahren, okay. Hier eher das Gefühl, die Clankler beziehen sich. Das hatte ich früher nicht so, das Problem. Vielleicht ein bisschen bei... ...bei dem Geheimagent-Clank-Ding. Also ich kann ihn noch nicht umbauen. Macht der Gewohnheit, dass man die halt immer so jetzt schon gleich umbauen will. Umprogrammieren, glaube ich, offiziell. Brauche ich dich? Nee, brauche ich dich gar nicht mehr. Du bleib hier. Ach, komm, ich darf Clankler ein bisschen weiter werfen. Dann halt nicht. So, auf. Jetzt noch mal wegrennen. Ja, die Passagen sorgen halt echt dafür, dass sich das Level zieht. Wären die direkt hintereinander, wäre es ein schön kurzes Level. So ist es. Ja, jetzt darf ich hier wieder wegrennen. Jetzt halte ich wieder nach unten gedrückt. Ich glaube, das ist sogar jetzt, wenn ich jetzt hier auf die Karte gehe. Okay, das ist hier wirklich auf dem Fließband. Das ist cool. Wenn man hier später auch lang geht. Das ist eine ganz coole Idee. Man nervt es zwar eigentlich überhaupt nicht, aber... Hier wirklich ist eine coole Idee. Jetzt sind wir mal länger am Ende. Das nervt nämlich gerade ein bisschen. Ach, endlich. Ich glaube, man läuft auch nur zwei mal für den Weg. Ja, und das war es jetzt. Äh, nee, das skippen wir. Das will keiner sehen. Und hören wir jetzt noch weniger eine. Und das skippen wir aus demselben Grund. Gucken wir mal rein, was wir für Karten bekommen haben gerade. Mit der Kreislinie. Ach, sehr schön. Dann kriege ich den jetzt auch upgraden. Oh, nee. Das kann ich nicht skippen. Somehow. Jetzt darf... Habe ich noch klänkt dabei. Die will noch nicht nutzen. Die äußert sich das noch okay. Hey, immerhin geht dann, die mal ausschalten. Ich meine, etwas. Gott, die haben jetzt wahrscheinlich ein Problem. Da muss ich mir jetzt das einfallen lassen, wie ich die Level, damit die auch mitkommen. Ja gut, die Gegner hier sind sehr harmlos. Wir machen nichts. Kann ich mitnehmen. Ich HD. Ich weiß nicht, ob ich das schnell... Achso. Wenn wir es überhaupt machen will. Ich meine, ich habe ein Unverwundbarkeits-Feed, der geht unter Zeit. Gut, der Abo hat ja mich auch nicht gerettet. Furchtet ist immer so eine Athena, wo du richtig viel kämpfen kannst gegen alles und da richtig viel fett Geld passieren kannst. Das furchtet ich mal in dem Spiel. Das fehlt hier ein bisschen. Das scheint sogar halbwegs was zu bringen. Nur halbwegs zumindest. Dann machen wir es halt mit Elektrizität. Und kaputt. Kann ich hier... Ich sehe hier halt auch auf der KS4. Es gibt hier scheinbar auch noch nichts zu finden. Oder das Kartending wird mir auch wieder abgenommen. Kann ich ja nachgucken. Moment. Das kann ich doch... Parate... Ne, Kartomat habe ich. Ups. War ein bisschen zu früh. Ja, wobei. Kriegt ihr die beiden noch? Die Räder ist da schon voll. Ah, den Foto-Eno ist das zu selten. Den habe ich ja auch noch. Die Kisten haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ich gehe nachher hinfuhr, die ist ja nicht mehr. So. Willst du auf die Schnauze habe ich gehört? Okay, man kann das, glaube ich, sehr lange noch gar nicht, finde ich. Du warst zumindest geradeaus. Abwarten. Du, 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 du. Okay, gleich 100 Schuss dafür. Eigentlich nicht. Ah, ich hätte das Ding mit keinem Gegner machen sollen. Naja, egal. Äh, bis jetzt. Wo muss ich jetzt hin? Will mit dir reden. Ah, okay. Muss ich wieder was triggern. Warte, habe ich hier was übersehen? Karten. Ich glaube, die Karten sind wieder neu gespawnt. Dich könnte ich übersehen haben. Da hinten, wie auch man echt rankommen soll. Ne, das ist neu gespawnt. Das habe ich definitiv nicht übersehen. Ich traue mir halt eine Menge blöden Sachen zu, aber das nicht. Das habe ich nicht übersehen. Wo waren denn Gegner? In dem Gebiet. Okay, unten. Das ist der erste. Das habe ich auch noch mehr, sondern hier kann ich nicht gleich. Er sieht gleich mal erhöht. Ja, sehr schön. Ich auch noch mal. Ich wollte ja auch mit dir mal schneller gehen. Ach, jetzt kann ich mal nachgucken, was mit den Goldwaffen ist. Was es ja früher gab. Aber wenn es die... Sie haben auch das System geändert. Es gibt ja keine Goldwaffen mehr. Vielleicht haben sie nur deswegen rausgenommen. Ach, da oben ist noch einer. Aua. Was sind wir jetzt treffen so? Ich glaube nicht. Ich hätte mal Killer-Roboter hoch. Hat das geklappt? Ich würde so befürchten fast nein. Das reicht gegen dich. Das reicht aus. War hier nicht. Ich glaube, der da oben ist. Oh, ich glaube, den habe ich auch. Der muss definitiv wieder gespawnt sein. Jetzt kann ich nicht mehr tauchen, ne? Jetzt habe ich wieder Sauerstoffgrenzen. Aber... Aber entscheidender Vorteil... Ich muss es ja auch nicht mehr machen. Das war ja nur dieser eine Bereich in Blackwater City, wo das Hava gefahren ist. Was, glaube ich, sowieso optional ist. Ich glaube ich. Weiß ich jetzt nicht mehr sicher. Und das andere... Also ich muss ja die Unterwassersache da nicht machen. Ich weiß, ich überlege gerade, ob ich überhaupt nach Blackwater muss. Ich glaube fast nein. Wenn ich da nicht hin muss, könnte es mir ja komplett egal sein. Und wenn ich doch da hin muss, dann muss ich das Hava-Ding definitiv. Nicht für die Rieder. Die Rieder ist ja komplett optional. Das heißt, ich muss das also nicht mehr machen. Und wenn ich es mal machen will, kann, soll, darf, dann einzig und allein dafür... Äh, dann mache ich es nur oder nur dafür... Ne, Quatsch. Dann mache ich es nur, weil ich... Boah, ich kann gar nicht reden. Dann mache ich es dann nur mit dem Taucher-Teil. Weil dann ist es egal. Da habe ich ja kein Zeitlimit. Da kam gerade in der Katzin meinen Roboter an und hat ihn kaputt gemacht. Sehr schön. Hier in der Seite. Wie soll ich ans andere drankommen? Oder warte, ein Wasser wieder? Bis dann keinen Tauchweg gibt. Ja, hier war ja irgendwo eins. Genau hier hinten. Aber das da unten, hinten... Das ist halt auch so weit weg, ne? Ich sag, da musst du die Brücke irgendwie durchkommen. Aber ich sehe hier nicht, dass du da durchkommen willst. Naja. Ist auch nichts Wichtiges, ne? Kann mir eigentlich auch kack egal sein. So, aber macht ihr noch ein bisschen weich. Ich reskommate meine Schafe, der jetzt hier auf mich zukommt. Kann mich nochmal so einen da hin. Ja, das Grundprinzip ist halt einfach spaßig. Hm. Wer geht denn hier? Ach, jetzt können die doch springen. Jetzt sind die... Jetzt sind die auf dem Standard, wie die Mr. Zurock von Anfang an sind. Verstehe halt echt nicht, warum man die in der Reihenfolge kriegt. Ich muss halt echt nah an ihm dran sein, damit das klappt. Alles überspringen, interessiert alles nicht. Jetzt haben wir das Set auch voll. Und wir haben wieder fünf Doppel. Das heißt, ich kann nochmal... Was ist der Todeshandschuh? Was ist das? Das ist ein Serverraum. Ich exerze, genau. Was zur Hölle ist das? So, wir haben Gangsforum. Was? Wir müssen... Wir müssen uns betreten. Was? Warum ist das beim Todeshandschuh? Hä? Muss ich das verstehen? Ja, komm hier. Machen wir Quacken-Time voll. Ja, genau. Das ist der andere Fruzzi. Jetzt habe ich den Namen nicht so schnell lesen können. Alistair. Alles klar. Alistair heißt er. Jetzt ist irgendwie... Ich hätte jetzt irgendwie... Booser oder sowas gedacht. Alistair klingt so nach einem Nerd. Und nicht nach... Keiner Ahnung, Kämpfer. Das wäre eigentlich der Bösewicht. Ich glaube, ja. Ich habe gar keinen Multiplikator mehr. Aber dafür habe ich schon fast 20 Varitarien wieder. Und ich brauche jemanden, der mein Schiff jetzt repariert. Jetzt muss ich den Kämpfer wieder finden. Aber das ist am Arsch. Das kann ich nicht nochmal nehmen. Kann ich mich ja nicht zeigen lassen. Äh. Reicht noch nicht ganz. Fliege wieder. Eigentlich mag ich das Sammelzeug. Das Problem ist nur, wenn ich die ganze Zeit Karten level... Ich glaube, ich habe jetzt schon alle Karten. Als ich jetzt in Karten gelevelt habe, ist dann jetzt irgendwie ziemlich für die Katz gewesen, ne? Was ist das? Explosivungen? Haben will. Haben will. Alles haben will. Okay. 3.8 habe ich noch. Reicht das? Um nochmal... Es reicht doch, um hier auch noch Holz zu machen. Sagt doch einfach, die Dinger werden besser. Mehr Munition, nehmen wir da nochmal mit. Äh, jetzt. Ich habe es zwei, Bruder. Ob sie sich dann so in den Nummer schätzen. Jetzt habe ich erstmal wusste, welche das war. Was ist das für Höhle? Ich glaube, ja. Ja, das sieht nach Höhle aus. Okay, klar. Nur eine Wache fehlt mir ja, dann schreiben wir auch noch. Ja, ich habe ja hier zwei sogar. Oder ich habe einen Haufen Erschieden. Ich weiß halt nicht, ob eins für bessere Waffe schon dabei war. So, nach Schätzen, wenn ich jetzt nicht großartig suchen. Ich möchte mir einfach das mitnehmen, dass ich hier sehe, was hier ist. Okay. Okay, der wird nur zu einem Schafen. Das dauert dann noch länger. Aber dafür gibt es dann wahrscheinlich dadurch mehr EP. Ach Gott. Oh Gott, hat der mich jetzt instill gefühlt? Was? Oder hatte ich einfach schon damage vorher? Okay, ich wollte sagen, dass meine Munition ist auch wieder auf. Aber das tut es ja nicht, da ich eh unendlich habe. Gut, dann kann ich wahrscheinlich wieder diese schwarzen Schafe machen. Mach das mal so kaputt. Ah, ah, okay. Ich erinnere mich hier dran. Ich weiß, ich vermisse die kleinen Schafe. Die waren niedlicher. Bei den Großen habe ich ja irgendwie schon fast nur die Wissen wieder. Die sehen so realistisch aus. So, da war auch nichts sonst an Schätzen. Dann war ich jetzt noch schnell wieder nochmal. Nochmal besser. Feuerrate. Feuerrate ist weiß. Feuerrate. Raketenfeuer. So, da kann ich immer noch nicht schnell auf den Schließer kommen. Ist egal. Einfach besser, genau. Wie viel brauche ich? 140.000 fürs Erste. In Teil Tendenz steigend. Damit ich die nochmal upgraden kann. Bis Level 10 gehen sie dann. Das kann noch mal weiter dauern. Daher habe ich noch nicht mal alle auf dem normalen Level 5. Ja, aber vielleicht auch noch hin. Mal gucken, ob ich es dann auch weiter fliegen will. Ja, mach ich aber erst mal Pause. Jetzt ja auch schon seit eine Stunde Folge heißt und jetzt wie lange hast du wieder 5 Stunden Rettel im Plan? Ja, jetzt ist aber gut für heute.